Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva La Move Illusion und ich klaue jetzt gerade um Karni die Moderation, weil ich in Weihnachtsstimmung bin. Ja, und ich wollte aber die Weihnachtsstimmung so richtig genießen und hätte uns eingesungen. Okay, dann Viva La, Viva La Move Illusion, Viva La, Viva La Move Illusion, hey. Applaus. Das war mehr als weird, das tut mir jetzt schon leid. Das war die beste Beatbox aller Zeiten. Also wer mich nicht kennt, ich bin der Korbi, das ist der Karni und selbstverständlich haben wir den großen Seppi dabei, der Kleine hat keine Zeit gehabt. Ja, mit den Kleinen hast du jetzt einen Maikmann. Den Kleinen gibt es dann auf Onlyfans wahrscheinlich. Einen Seppi seinen Kleinen. Verrottete Weihnachtsüberraschung für unsere Community. Gibt es ein Dick in der Box? Nein, ich höre jetzt am besten wieder auf zu moderieren, weil Karni, du hast dich eingeladen. Ich habe eingeladen zum Weihnachts-Special, ja, weil wir letztes Jahr haben wir so schön gebacken, also wirklich gebacken. Ja, das war die beste Backung aller Zeiten. Das war eine, ja, Backe Backe Kuchen, Viva La Move Illusion hat gerufen, war das Motto. Ich war von euch schon enttäuscht. Ja, das ist natürlich mitgemacht. Sergeant Corby hat das eine oder andere Mal. Wir haben ja schon geschaut, dass wir heute einen Gesprächsfluss nicht so unterbrechen, dass wir einen Korbi ein bisschen so aus diesem diktatorischen Modus rauskriegen. Weil wir haben halt wieder was Tolles geplant. Was haben wir denn heute geplant, Seppi? Was war denn deine Idee? Keine Ahnung, war nicht meine. Ich weiß auch nicht, warum ich da bin. Bitte lirg nicht. Okay, es ist Basteln, heißt der Fall. Wir basteln einen Punkt, Punkt, Punkt Stern. Keine Ahnung, wie der konkret heißt. Weihnachtsstern, ist das der politisch korrekte Terminus? Dann nennt man Winterstern. Winterstern. Ich wollte rot. Corby, du hast den Türkisen gehabt. Echt jetzt? Ja, du hast den Türkisen gehabt. Okay, dann, danke schön. Also schöne, Basketterstern, Basketterstern, ihr habt noch in Romantik Lila Silber. Da ist ein Verkehr drum. Ja, wo steht denn die Farbe? Oh, nirgends? Sag du es nicht. 90 Gramm. Wo ist ein anderer als hier? Also ich habe Romantik Weiß, Eis, Blau. Das ist schon geil. Das ist schon geil, ja. Okay, weil ich habe Überraschungspaket dann quasi. Ich möchte euch nur kurz darauf hinweisen, weil ich euch jetzt gerade hier so neben mir sitzen sehe, dass wir das letzte Mal nach der 200. Folge ein paar Rückmeldungen bekommen haben, dass du zumindest bei der Kappe absetzen solltest, damit man dein Gesicht sieht. Weil der Schatten... Wir haben schon wieder Beleuchtung von oben, gell? Ja. Da sollten beide unser Kämpfer halten. Nein, wie weigert mir jetzt das Stück? Du hast ja da Mützen. Zeigert deine Mützen auf. Die ist so hohe. Ich mache einen knallharten Schnitt, okay? Machen wir es so. So. Schnitt! Ich bin jetzt Gangster. Ich schwitze schon vom... Du schaust dir aber cool aus. Boah! So gut. Besser. Kann ich mich so sehen lassen? Ja, definitiv. Du bist hübsch. Ich glaube, ich kann was. Du bist hässlich. Anzusehen. Ich habe es mir gesagt, bevor wir gestartet haben zum Aufnehmen. Ich darf dieses Mal nicht anschieben. Also ich darf nicht sagen, jetzt sollten wir uns vielleicht konzentrieren. Jetzt basteln wir mal. Hau da auf, protzen. Es ist auf alle Fälle schon mal, hier sind 30 Blätter drin. 30. Okay. Weißt du, ich habe schon mal das erste Problem, dass ich nicht von meinem Mikro vorbei sehe. Weißt du, bei mir ist schon mal Höbert blind basteln. So. Der erste Schritt ist Start Folding. Ist das auch noch auf Englisch? Ich habe gar keine Anleitung. Hallo, hast du eine? Das ist noch schon wieder weggeschmissen. Ich habe auch eine gehabt. Ist das die Anleitung? Nein, das ist ein Rücken... Hier ist die versteckt hinter dem... Ach, da ist es. ...Papmaché. Pappmaché. Ah, trinken wir mal zum Warmwerden, weil das ist schon wieder... Ja, bitte. Das ist schon wieder... Ihr werdet euch denken, wow. Wow, so machen das professionelle YouTuber, dass die hier ihre Mikros aufbauen und wir haben das mit einem leicht künstlerischen Touch gemacht. Ja, wir müssen mal einmal... Der Fabi hat leider keine Zeit gehabt, weil der Fabi krank war. Fabi, gute Besserung. Gute Besserung. Frohe Weihnachten, Fabi. Und zum nächsten Mal bist du bitte nicht krank. Ja, ich darf aber schon sagen, dass wir es jetzt dieses Mal so machen, dass wir wirklich uns nicht über Weihnachten unterhalten, sondern nur stumm da sitzen und basteln. So wie die Anleitung ausschaut, wird auch das nicht anders stehen, weil das sind 35 Beutel mit ganz kryptischen Beschreibungen und ich habe keine Ahnung, was ich da da sehe. Bei mir steht gerade drauf, beim ersten Schritt, die unten liegende Farbe wird die Farbe der Sternspitzen, aber das ist irgendwie alles die gleiche Frage. Kann ich bei jemandem abschauen? Ich darf mich anbieten als abschauer. Warum ist denn eigentlich jede Anleitung anders? Ja, du würdest einfach dreimal ein Produkt hören. Feilig hast du eine andere Durst, eine doofe. Aber meine von Folie, ja. Meine hat auch Kyrillisch. Aber du hast doch einfach bei dem Gleichen gestellt, oder? So, ja. Also meine ist von 2009. Von wann ist eure? Ich weiß gar nicht, wo... Da kam ich jetzt ein Lieferantengespräch fällig. Meine ist 1985. Ach ja. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich kriege das schon irgendwie hin. Ah fuck, wir brauchen ein Lineal. Nein. Da steht bei mir, you need. Du brauchst. Gibt es da? Te doi. Necessitas. Heute insgesamt 30 Minuten. Ach so, die sind immer gleich, oder was? Genau, das ist ja nur zum Falten und dann zum Stecken. Ach so, ah, okay. Alter, ich habe gemeint, das ist einfach nur ein Stern und nicht so ein tausend Sterne in einem Sternen-Ding. Okay, das ist das erste. Wir müssen das mal in Kamera halten, dass die Leute auch sehen, was wir da für einen krassen Scheiß haben. Wir haben ja heute einen Assistenten. Zeig dir mal in Kamera. Woo, Assistent! Woo, 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 woo. Klasse! Er hat ein Pflaster auf der Nase, weil er eine pariert hat, da hat er gleich mal eine gefangen. Halt eure Schnauzen nicht rein, Kamera. So, mach jetzt und dann kriegst du nochmal eine. Gott, das ist so weihnachtlich. Ah! Was hast du mir jetzt gemacht? Vollidiot bist du, der hat schon recht gehabt. Da wirft sich der Korbi heldenhaft von Korni. Hättest du es eh treffen sollen, oder was? Ach so. Ich gab hier den Satz dann nicht. Die unten liegende Farbe wird die Farbe der Stehrenspitzen. Das ist aber immer die gleiche Farbe. Ich bin schon deutlich weiter wie ihr. Nein, lieber. Und dann gegenüber den Seiten. Also ich glaube, einmal müssen wir es in der Mitte falten. Das machen wir jetzt einmal miteinander. Einmal waagerecht in der Mitte falten. Bin schon eins weiter. Mach ich einmal langsam. Ich habe da gesagt, deinen Arbeitsmodus kannst du jetzt ausschalten. Wir sind immer da, dass wir Spaß haben. Dass wir unsere dämlichen Zuhörer unterhalten. Äh, unsere tollen Zuhörer unterhalten. Dass wir vielleicht einmal einen Schluck Bier trinken. Vielleicht einmal, ich weiß auch nicht, so weihnachtlich möchtest du es vielleicht einmal in Likörchen schlürfen. Also manchmal hast du so einen Ton drauf, als wenn du so in einem Pfarrheim so Kindergruppen betreust. Darf ich nicht mehr. Okay. Weil da ist es auch immer so losgegangen, dass ich gesagt habe, du möchtest vielleicht ein Likörchen. So, und das sage ich jetzt, Horst, sehen wir mal alle die Dosen aus. Ja, wollt ihr vielleicht noch einen Rotwein-Cola dazu haben. Ja, und dann kommen die Eltern, die stehen ohne Hosen da und sind blau. Perfekte Weihnachtsthemen. Dann soll ich die, derfalls alle mal in irgendeinen Drillcamper schicken, weil die sind ja nicht ganz dicht, die kleinen Scheißschrazen. So, was heißt denn jetzt? Das heißt, das ist einmal so falten. Alter, ich sehken Sie, wenn Sie es da treffen. Und das andere andersrum, oder was? Jetzt müsst ihr wieder aufmachen und müsst da so aber falten. Ach, warte mal. Ach, dann habe ich es da falsch gemacht. Unten liegen die Farbe, die Farbe der... Die sind doch alle gleich. Mache einfach mal die Fallschritte da. Ich glaube, das wird jetzt auf alle Fälle, wenn du das Video schneidest, dann immer die Arbeitsschritte so einblenden, dass die Leute auch wissen, was sie mir da dann... Ich würde jetzt gerne wissen, was die Leute gerade kommentieren, so, oh, bestes Video ever. Wow, ihr habt euch wieder selbst übertroffen. Ja, falle. Was wird nächstes Jahr passieren? Ich bin schon gespannt, was wir nächstes Jahr basteln. Da sollte man mal irgendwas richtig Aufwendiges machen, also mit Werkzeug und so. Ich finde, da sollte man einfach ein Haus bauen oder so. Ja. Das Haus, das ist nicht klar. Eine Krippe. Das war eigentlich super. So eine Krippe. Stimmt. Hä? Aber, schau dir das jetzt bei mir mal an. Also es schaut doch so aus. Ja. Und dann beim nächsten... Das ist der Schritt jetzt. Das ist jetzt das. Ja, aber da ist er dann eigentlich so nach innen gefalten. Und dann? Man folgt es da um. Dann muss man es umdrehen. Turnover. Retourner la figure. Und dann an den gestrichelten Linien zur Mitte falten. Ich habe keine gestrichelte Linie. Ja, die machst du ja mit der Falzung. Ach so, jetzt kapiere ich das. Okay. Dann muss man das nochmal so falten. Hängen wir mich alle an der gleichen Stelle? Ich konnte es sehen. Ist das die da? Warte mal. Was? Die kapiere ich auch nicht. So. Das ist die größte Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Wir haben die Idee mit dem Scheiß. Ich glaube, ich muss da was weggeschneiden. Nein. So, und dann kommt auch das da. Was soll das jetzt? Ja, den kapiere ich auch nicht, den Schritt. Pass auf. Ja, der ist völlig gestört. Hat sich jetzt ein Laptop da. Schau mal, hau zu aus. Hä? Hä? So. Und dann, wenn ich das dran. So. Ah, okay. Jetzt wird der Schuh draus. Und dann faltet man das. Ja, genau. Du hast doch nicht so etwas jetzt noch annähernd kapieren, was du da musst. Das ist doch jetzt nicht irgendwie so. Das ist doch so. Ich hab doch, also. Und das nach innen. Und das nach innen. Das war eine ganz komische Idee. Das ist ja einfach nichts, was man so nebenbei machen kann. Das ist ja immer ein verdammt anspruchsvoller Job, von dem man studieren muss. Das geht doch nicht. Die lernen doch. Also ich bin schon eins weiter. Ja, aber wie denn? Du kannst dir einfach irgendwelche Sachen machen und dann sagen, du hast das richtig gemacht. Und das da, das Eck, das Eck, das kommt nämlich dann da her. Und dann hab ich einen Schwan. Einen Schwan? Das stimmt einfach nicht, was du da machst. Fall. Das stimmt einfach nicht. Da? Das schaut genauso aus wie auf dem Bild. Kein Meter. Vollgas. Und dann, drei, die ist wieder oben. Ich brauche ein Likörchen. Was soll denn die Eck da hernehmen? Die gibt, die existiert einfach nicht. Ja, brauchen wir zwei Eierlikörern, einmal einen Häuselnatt. Weil wir einfach bestellt. Darüber dieses... Ich schläge drüge dahinter. Ich hätte auch noch nicht stören. Aber ich hätte mal ein Falzbein brauchen, sag ich gerade. Ein Falzbein? Ja, steht da hier. Ach, warte mal. Ploua. Ploua. Ich bin kurz vorm völligen Nervten aufgegeben. Sollen wir uns ein bisschen abblinken mit Gesprächen über Christkindl-Märkte? Ja, bitte. Du hast schon aufgeben. Das ist ein völlig verrückter Wahnsinn. Du sollst ja nicht komplett aufgeben. Für mich existiert das. Also das, was ich da habe, das ist einfach nicht das, was du rausgekommen hast. Nein, das stimmt. Das ist für mich eine ganz andere Bastelung. Da passt nichts. Warst du ja schon im Christkindl-Märkte? Mhm. Ehrlich? Ich war in Orm. Wo? In Nürnberg. Nürnberg warst du. Ja, und es war zum Kotzen. Why? Warum? Weil das ist einfach so... Nürnberg ist voll die schöne Stadt. Ja, voll die schöne Stadt und so bla bla bla. Aber es ist einfach ein scheißüberlaufender Christkindl-Märkte. Das ist so gestört. Du kommst in die Innenstadt hinein und dann ist das irgendwie... Wow, in der Waffe. Jetzt bin ich abgelenkt. Feil, ey. Dankeschön. So, also da Jingle Bells. Ja, dann. Tschüss dich hin. Jingle Bells, dann Prost. Da. Ja, das ist schon was Gutes. Schleichwerbung, Penninger. Alles von Penninger. Hervorragend. Ach, das schmeckt so dermaßen nach Ei. Jetzt einmal das Nüsslikörchen genommen. Wir haben ja nur ein wenig. Naja, wie dem auch sei. Nürnberger Christkindl-Märkte. Total überlaufen. Störe die Aufnahme nicht, hat es geholfen. Jawohl, du kommst in diese Innenstadt hinein und es wird immer voller. Da drucken sie von allen Seiten, von jeder Seitengasse drucken hunderttausende Leute. Und irgendwann bist du in einer so einer Hauptstraße, die Richtung Christkindl-Märkte führt und da kannst du nicht mehr umdrehen. Und dann wirst du quasi durch die gesamten Christkindl-Märkte einfach durchgedruckt und musst nehmen, was du links und rechts kriegst. Das ist zum Kotzen. Alles Sau-Teuer. Der billigste, glaube ich, da habe ich für 2,18 Euro gezahlt. Da war aber auch ein Haft von Pfand drauf. Frag mich jetzt nicht mehr, was da was kostet. Für 2,18 Euro? Ja, ja. Das war alles im Bottich. Nein, nein, das war so ein Haferl. Klassisches Haferl. Aber weißt du, was da das Positive ist? Du kennst dich doch keine Sau. Das heißt, du könntest einfach nur sagen, boah, mich juckt es überall. Das Beste, was daran passiert ist, dass du gleich auf der Stelle schlägst. Klassische Kretze vortäuschen. Du kennst ja keiner. So, ich muss jetzt nur mal ganz kurz. In Nürnberg, in Nürnberg war ich noch nie. Ich war gerade einmal ein Ding im Kino. Da waren wir dann nachher im Café. Da waren wir auch schon wieder nachher. Ja, ja, stimmt. Du bist ein Lügner. Stimmt. Wahnsinn, und das vor laufender Kamera. Schön, weil die haben sich schon wieder ertappt. Aber Fake News, das ist mein Ding. Darum bin ich auch beim Bürger-Podcast dabei, weil da verzeih mir auch keine Fake News. Ja, stimmt. Aber da waren wir auch gerade auf Ohren. Das war jetzt nicht so dramatisch. Ich war eher in dem Winterthal, wo die Minger ... Ah, schee, gell? Zauberhaft. Ich weiß nicht, wer alle da unbedingt hinfahren wollen und das machen wollen, weil es ist einfach nur für den Arsch. Es gibt 8000 Mützen, 8000 Schalt, verteilt auf 8000 Stände. Ja, und überall die gleichen aber, gell? Ja, es ist alles nur Bullshit. Das ist mir so auf den Sack gegangen, weil ich sage, das ist ähnlich wie mit Volksfester sind Christkindl-Märkte, meine Augen. Du fährst, also so kleiner wie bei uns, diese hiesigen mit ungefähr 8 Stände, das ist vollkommen ausreichend. Das andere ist einfach nur das gleiche in klein mal 1000. Ja, das stimmt. Ja, das ist einfach nur so Verkaufs-Bazaar. Ja, neben Befolgs. Ja, voll. Und wir haben einfach zugeknallen, in Ruhe. Ich weiß, was wir sagen, in Straubing waren wir noch kurz, bevor wir uns ganz so angeschaut haben, was hat der Glühwein-Kost? War ich aber nur gefressen? Also ich habe mit Pfand 5,50. Für zwei? Für einen. Nein, nur für einen. Ich gebe doch demnächst aus. Ich glaube, dass in Nürnberg waren 5 Euro Pfand drauf oder so. 5 Euro? Ich glaube schon. Okay. Deswegen haben wir ja fast 20 Euro gezahlt für zwei. Warum denn 5 Euro? Ja, gut, aber es ist ja Pfand, du kriegst das Geld wieder. Ja, ich verstehe es ja irgendwo, dass ein Hafer Pfand drauf ist, weil die Tassen einfach sonst nie wieder zurückgehen. Ja. Weil da einfach jeder mitzockt. Nein, einfach am Boden schmeißen. Oder so, ja. Der Nächste! So wie der Tor, oder? Ja. Noch ein! Also ich habe das Erste. Kann ich das? Ich würde mir schon nicht sehen. Nein! Verdammt, du hast mir das gemacht. Wie hast denn du das gemacht? Einer von uns passt auf. Jetzt passt auf. Ich mache jetzt einfach mit Blinden, was ich meine. Das tue ich schon die ganze Zeit. Das wäre so geil, wenn es das Brennen wohl fängt. Warum bei euch selbst haben sie bei euch Musik gespielt? Weil die haben doch heuer aufgrund von den extrem gestiegenen GEMA-Kosten... Ach, deswegen warst du immer so stark. War bei dir keine Musik? Du hörst überhaupt nichts. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum lesen du eigentlich nirgends Musik in dem scheiß Christophilmarkt? Der ist riesig und es hat nicht ein Lied geerknungen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube irgendwie, diese GEMA-Kosten rechnen sie eigentlich so auf die Fläche. Und zuerst hat es geheißen, wenn da irgendwo ein Stand, eine Bühne ist, wo die singen, dann berechnet sie das nur auf diese mögliche Beschallungsfläche. Und jetzt wird aber, glaube ich, für die komplette Christkindlmarktfläche das berechnet und dann sind sie das anscheinend bei GEMA-Kosten von teilweise 40.000 Euro für den Christkindlmarkt. Ja, das glaube ich sofort. Und jetzt packen sie halt so ein Weg und machen, entweder machen sie nur komplett GEMA-freie Musik oder sie machen... Podcasts könnten eigentlich abspülen. Ja, Podcasts, ich verlange ein Haufen Geld. Oder sie machen eben gar keine Musik. Ja, Nürnberg hat gesagt, gar keine Musik. Ja, also wenn mal eins irgendwo aus dem Geschäft rauskommt, ist ein Lied oder sowas, aber da war einfach nichts, da hast du nur die ganze Zeit Leidfressen gehört. Ja, man, 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 man. Man, 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 köstlich. Also da ich ja das eine Mal mit dir am Christkindlmarkt war, habe ich die gleichen Erlebnisse praktisch auch wie du. Das ist Tatsache auch, ja. Du bist einmal fast abgezockt worden, weil du dir einen Crêpe gekauft hast. Das war super. Stimmt, ich wollte einen Euro mehr verlangen, als ich mir ausstehe. Ach, so gut. Das geht überhaupt nicht. Aber ich habe dann gleich umgespuckt und habe gesagt, so geht es nicht. Wo ist da der weihnachtliche Gedanke dahinter, wenn ich bei so einem Crêpe schwiele, das leide... Oh, das tut mir leid, aber ich habe nur sechs Euro. Das kostet keine sieben Euro, da steht auch, dass du sechs Euro kostest. Und ich habe so Hunger. Ja, es ist tatsächlich so passiert. So oder so ähnlich hat es sich zugetragen. Ja. Also ich bin irgendwie schon gefühlt einen Schritt näher gekommen. Ja, aber nur auf einer Seite und jetzt dreht es mir wieder das Hirn zusammen. Ich bin jetzt wieder da. Irgendwie, irgendwie so. Habt ihr euch jetzt auf dem Crêpe schon jemals irgendwas anders gekauft, als ein Glühwein und... Glühbier? Echt? Wo ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja vergessen, aber ich habe ja vorgeschlagen, dass wir mir heute Glühbier brauen sollten. Brauen? Wo sie jetzt auch wieder finden, war die wesentlich bessere Idee gewesen. Ich habe gedacht, verzehren, aber nicht. Nein, schon selber machen. Wie macht man das? Du nimmst Bier, schützt es in Ordnung, du hast leckerste Gewürze rein und dann wird das ein leckeres Glühbier. Aber Bier schmeckt doch auch so schon lecker. Ja, wenn du ein Glühbier machst, schmeckt es nicht mehr lecker, aber interessant. Das geht aber tatsächlich lecker, weil ich war jetzt bei Ulm, beim Spätelsbesuch und er hat Geburtstag gehabt und dann sind wir zum Essen gegangen und er wollte unbedingt ein Glühbier saufen mit mir und dann habe ich gesagt, okay, mach ich nochmal, weil ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Glühbier gemacht und das war ein 0,2er für 6 Euro. Ist okay gewesen. Preis außen vor, aber man hat es trinken können. Ich habe schon mal woanders eins gekriegt und das war so widerlich, da sind wir Eilklang gewesen und ich bin als letzter gekommen und er hat gesagt, da haben wir ein Glühbier gemacht und dann habe ich das gekriegt und dann saube ich es so und dann sage ich, Leute, bei aller Liebe, aber das ist so widerlich, das kann ich nicht saufen, es trinkt entweder ein paar andere oder ich schütze weg. Das war aber nicht zufällig bei mir, oder? Nein, das war nicht bei dir. Und danach, alle waren so entsetzt, weil ich das jetzt so gesagt habe, dass ich das nicht saufen kann und danach sind Leute zu mir gekommen und gesagt, Alter, wir haben alle das Gleiche gedacht, aber du hast es gesagt. Was ist mit euch? Habt ihr es euch mit Gewalt eingewirkt? Ja, wir wollten mir jetzt nichts sagen. Warum? Nächstes Jahr kriegen wir es wieder, wenn sie es nicht sagen, sie sind Idioten. Vielleicht noch mehr. War das so einer von den Momente, wo du immer erzählst, dass die Leute nicht zu dir hingehen und sagen, du bist eigentlich mein heimlicher Held? Und sonst sind sie da hingehen und haben gesagt, du bist so mutig. Haben sie es auch gesagt, ja. Ich habe dann ziemlich viele Handshops gekriegt. Also, ich habe einen Vorschlag an die Community, bevor ihr euch da langweilt. Oh Gott, ich habe es geschafft. Ich würde vorschlagen, macht einfach Wetten, wer am Ende von uns wirklich da einen Stern hat. Und macht zum Besten noch Gegenwetten, wer nicht. Ich mache es jetzt einfach mal, wie ich meine, weil jetzt reicht es mal. Ich bin jetzt auf 180 hier mit der Scheiße. Ich bin jetzt echt auf 180 hier mit der Scheiße. Ich habe das zweite. Wie tust denn du das? Du bescheißt doch. Habt ihr es eigentlich früher mit euren Familien auch so Weihnachtsbastel scheiß gemacht? Na, um Gottes Willen, dann kannt ihr das ja jetzt, oder? Bitte. Ja, vielleicht habt ihr was anderes bastelt. Na. Weil was ich noch weiß, das war früher mal ziemlich modern, glaube ich. Kennst du diese Plastik, diese durchsichtigen Plastikkugeln, die man dann irgendwie selber angeschmiert und dekoriert hat? Du meinst, so Ostern, so Eier? Nein, sondern in Kugelformen für Weihnachten. Sagt man es gar nicht. Kennt man sich heute die Idee, wo man so schüttelt? Das war bei uns so, wo ich herkomme, draußen vom Walde. Da haben das irgendwie alle in der Nachbarschaft gemacht. Das waren so durchsichtige Kugeln, die hat man für teuer Geld überall kaufen können. Und dann hat es so ein Haufen Kleber und Farbe und Figuren und was was gegeben. Und dann hast du selber deine Christbaumkugeln da gemacht. Und das war für uns Kinder, die sonst nichts gehabt haben, war das schön. Hast du da ein Pokéball gemacht? Nein, war leider noch keine Pokémon-Zeit zu der Zeit, so jung, Walde. Boah, nein, ich kann mich nur an die Pokémon-Zeit erinnern. Also das war vor, wann ist Pokémon bei uns angelaufen? 96, 99? 99? 99, ja, das klingt nach mir. Boah, da war ich schon sexuell aktiv, muss ich sagen. Deswegen habe ich das wahrscheinlich nie so angeschaut. Die Übergriffe von dem Onkel an Weihnachten, die wollen ich jetzt informatisieren. Ich habe doch gesagt, wir reden da nicht mehr drüber. Ja, deswegen habe ich, du hast angefangen, der Milch. Du warst 99 sexuell aktiv. Ich bin aber schon ein bisschen leid, aber du. Das trissiert mich jetzt. Boah, nur noch. Ich stehe mir die Finger in die Wunde. So wie sein Onkel damals im Finger ins Arsch. Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin eh schon stark. Also ich habe jetzt hier eine andere Technik angewandt. Ich werde jetzt den ersten Schritt aber schon mal für alle machen. Und dann werde ich... Also ich habe es jetzt geschafft. Möchte ich gerade kurz zusammenwerken? Sieger sein. Nein! Das ist zwar ein bisschen schön, aber... Ich hänge immer noch da... Was macht er denn da jetzt? Was macht er denn da? Oh Gott. Flügel zur Mitte falten. Ey, Flügel, ich habe keine Flügel. Das sind die Flügel, du Depp. Was muss ich denn da? Okay, jetzt reicht es mal. In die Mitte falten. Ja, wie? So. Muss ich das jetzt auch für falten? Weißt du, das ist anders als letztes Jahr, wo keine Bilder dabei waren, wo keiner gewusst hat, wie es weitergeht. Ich glaube, ich bin von Haus aus irgendwie falsch unterwegs. Aber das ist ja Pippi Fax. Ha! Halt doch die Schnauze. Ach, Karsen, Hörbe, ich komme. Wir basteln. Der nimmt schon das nächste Blattl im Tent. Ja, der macht es einfach falsch. Wir werden sie... Raucht man alle Blattl, dass der wirklich ganz wird, oder sind da ein paar dabei, so zum Üben? Alle 30. Das muss am Ende so ausschauen, so. Und dann wird es... Oh Gott, ich muss 30 Mal das Gleiche machen. Ja. Und ich kann es nicht einmal einmal. Das ist so eine Dreckskacke. Ich meine, das ist Pippi Scheiß einfach. Und dann ist es so ein... Da habe ich mich so oft verfaltet, dass ich das nicht mehr hernehmen kann. Hat da mal einer von euch nachgeschaut, wie lange das dauert? Also steht das da irgendwo? Nein, da steht, this is your life now. Sie werden die ganze Weihnachtszeit damit... Bei mir steht noch Merry Christmas, Loser. Ei, ei, ei. Da unten steht eine Hau zu. Das bringt mir überhaupt nichts. Kani, du hast doch nur so ein Gesprächsspiel vorbereitet. Hast du gesagt? Nein, habe ich nicht. Doch? Nein. Weil du davor ausgegangen bist, dass es irgendwann langweilig wird, wenn dir über Christenmärkte und sexuelle Übergriffe in den 1999 gesprochen haben. Wie war das damals, Pippi? Kamera eins ist weg. Ist das schlecht? Ja, das ist zu früh, oder? Dass wir da jetzt was machen. Ja. Jetzt lassen wir einfach die anderen laufen. Gut. Wir haben ja immer noch die Audioaufnahme. Eben. Und das Beutel von der anderen. Und ich meine, was ist schöner, als im Podcast zuzuhören, wie dreilei basteln? Eigentlich hätte man von Haus aus ohne Kamera ohne hätten sein. Aber das glaubt uns dann wieder keiner. Das stimmt auch wieder, ja. Also bevor wir das machen, dieses schöne Spiel. Ich habe nämlich ein Spiel für euch vorbereitet. Ja, tatsächlich. Als Ideengeber für Weihnachtsgeschenke. Die Folge, eure Partnerinnen, bei dir Partner und Onkel, gehören unseren Podcast. Ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Partner und Onkel. Korbi, ich sage einmal im Seppi. Was habt ihr denn heuer für schöne Geschenke organisiert? Schenkt ihr euch den Hund was? Jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Natürlich kriegt der Hund was. Aber was zum Kauen. Und? Backlst du das ein? Nein. Doch, das muss man es machen. Das musst du unbedingt tun. Das ist voll. Das ist das allergeilste. Ja, weil die backeln das richtig. Jetzt, jetzt, jetzt. Die gefreien sich doch voll. Dann reißt es auf. Okay. Das haben unsere Hunde auch immer. Die sind immer dachten. Und haben das ausgepackt. Wir haben ja noch so einen Kau-Dackel. Also das ist so ein großer Dackel, halt nur mit Schnur. Und da kann er sich dann draufstürzen und den tagelang beiteln. Wahrscheinlich fünf Minuten. Unserer hat jetzt schon einen riesengroßen Adventskalender. Ja. Den reißt er jeden Tag auf. Geil. Ich sage, das musst du echt machen, dass dein Hund das Geschenke einpackt. Ja, wir haben ja auch einen Adventskalender. Da weiß man mittlerweile auch schon, dass er sich freuen muss, wenn er da rein ist. Sonst hat er keine Zeitung wieder ins Spiel. Ja, das habe ich ihm erklärt. Man muss sich da freuen. Egal, wo es drin ist. Na, Schmarrn, ich liebe es nicht. Bei dir sind die schon auch direkt so, oder? Ja, hier. Ja, aber da, schau, der zeigt dir das so, dass es eigentlich nicht so direkt aufeinander ist. Mein schaut genauso aus wie auf deinem Bild. Ist doch gelungen. Was denn? Nur weil die Frau... Aber was schenkt es denn eure Beziehungspartner? Also, ich habe meine Frau gefragt. Dann hat sie gesagt, ja, weil... Wer bist du? Ich werde da schon das Richtige aussuchen. Da habe ich gesagt, was von Lego. Da hat sie gesagt, nein, sie braucht nichts von Lego. Da habe ich gesagt, okay, verstanden. Was von Lego? Ja, dann habe ich was von Lego gekauft. Cool, was? Jetzt ist die Frage, ob sie das nicht sieht. Dann sage ich halt einfach, ich weiß, du bist immer heißer auf unsere neuen Folgen, aber heute war das so. Schatz, du hörst jetzt mal wirklich weg. Ich glaube, es gibt dieses Jahr ja Disney 100 Jahre. Ah, ja. Hast du die gute Kamera? Die Kamera, genau. Boah, geil, Alter. Das ist so, ich denke mir auch oft, die war richtig geil und dann denke ich mir so, es ist Lego. Ich weiß nicht so richtig, aber es ist eine sehr geile Idee auf alle Fälle, das Ding. Es war bei Black Friday im Angebot. Wobei, da vorne steht das Haus von oben. Ja, das ist ziemlich klein. Es ist ziemlich klar, aber es ist eigentlich ganz putzig. Ja, schon. Wenn man es in Black Friday kauft, für den Preis ist es okay. Aber vom Mold King, das ist wahrscheinlich in der achtfachen Größe. Du kannst das drin wohnen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Das war wahrscheinlich sogar billiger als eine normale Miete aktuell. Ich weiß ja schon, dass ich vom Paaren los wahrscheinlich das Sanktum Rangalang Ding bauen kriege. Sanktum Sanktorum? Mhm. Cool. Da wäre die Tage lang dran bauen. Da wäre ich wieder vorbeikommen, bauen wir wieder einander. Sollen wir einen Livestream machen und das bauen ist sicher genauso spannend wie der Dreck. Wenn ich dir die Aufgaben geben darf? Ja, du bist ja... Ich sage dann zu dir, du darfst mit den Minifiguren spielen. Sind da Minifiguren dabei? Nein. Hm. Wollen wir da mit deiner Minifigur spielen? Nein. Nein. Warum nicht? Und du, Seppi, was schenkst du dem Anker? Hast du jetzt nachgegeben, ja, was? Und du, Seppi. Merkt man doch das nicht. Ich komme jetzt, bitte. Ich habe eine Reise nach Barcelona. Echt? Eine Reise? Alter. Aber das ist ja gar nichts von Lego. In der Hoffnung, dass es da einen Lego-Store gibt. Die sind irgendwie gar nicht so geil, die Lego-Stores. Also ich war... Wo waren wir? Wir waren ja erst kürzlich. Genau, ich wollte gerade sagen, du warst jeder bei mir. Wir waren ja in Köln. Hast du mir gefragt, wo wir waren? Wir waren ja gar nicht. Ja, ich habe dich noch gefragt, wo ich war. Vielleicht weißt du es noch. Aber ich weiß es auch nicht. Also die Lego-Stores irgendwie... Gestern alleine denkst du dir, ja, cool. Und dann ist es aber so, ja, kacke. Es ist eigentlich genauso scheiß Teil wie überall anders. Ich meine, das bringt überhaupt nichts. Sie haben nichts anderes. Aber die haben doch relativ wenig Aufbaut. Doch, es gibt doch in jedem Lego-Store diese exklusive Minifiguren, die man zusammensteigen kann. Ja. Weil du kannst sie ja dann selber bauen. Ja, aber nein. Du hast keinen Penisshirt, Torso. Ich habe einfach nur einen Schwanz gebaut. Und dann habe ich Hausverbot gekriegt in Köln im Lego-Store. Das ist irgendwie so ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Also 30 solche Leute sind schon viel. Ja, das ist... Ich kriege nicht mehr eins. Ich kriege jetzt so einen Nervenzusammenbruch. Vielleicht kombinieren wir unsere dann einfach irgendwann. Du hast ja echt noch gar keins. Ich habe schon eins. Ich bin immer wieder verfolgt. Dann ist wieder so ein interessantes Gespräch und dann komme ich wieder draußen und dann bin ich wieder dumm. Sollen wir uns über Physik unterhalten? Ja, im Intro-Beutel sieht man ja so eine Kerze, wo sie oben drüber diese Feen drehen. Wie nennt sie denn das, diese aufsteigende Hitze? Batterie. Oder? Keine Batterie drin. Nein, das läuft mit aufsteigender Hitze, du Saute. Boah, schau mal, das läuft immer noch. Ja, da bringt er immer noch Kerzen. Ist das so eine Uhrenbatterie oder wirklich ist da... Das ist über die aufsteigende Hitze. Ah. Ja, wir haben ja sowas für einen Ofen. Wie nennt sie das? Ähm, äh, in... Nein. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas mit Konfession, Konfektion, Konfession. Wir haben ja nämlich so einen Ventilator für einen Ofen. Für einen Holzofen. Und der dreht sich halt dann auch von der Hitze her. Ist das da, wo sie da am Campus jetzt wie fast den Schwanz verbrennt? Genau, richtig. Aber da bist du halt so... Hä, mein Gott, echt, ey. Wenn du einen Schwanz hättest, dann kannst du den da auch verbrennen. Was meinst du, was ich auch wieder tue? Nein, jedenfalls, da war ein Kumpel dann da und der hat mir das dann auch erklärt. Und dann hat man dann gesagt, ja, weißt du überhaupt, wie das geht? So Hitze und die eine Seite wird richtig kalt, die andere richtig warm. Da dreht sich das dann. Und dann habe ich gesagt, ja, ist schon klar. Liegt nicht. Thomas, du weißt, wie gemein ist. Ich habe mich wieder vergessen, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Dein allererstes Mal. Ich glaube, da hast du dich ein bisschen doof angestellt. Das war eine gute Überleitung. Das war tatsächlich so. Ich glaube, ich habe ihn nicht mehr eingefunden und dann war ich schon fertig. Das war so Scrubs-mäßig, weißt du schon. Aber mir war es wurscht, das hat gut gemacht. Ja, mir war es wurscht und sie hat nichts mehr gesagt, oder? Ja, eben. War sie wach? Was? War sie wach? Sie hat doch vorher schon ein paar Likörchen mit Blackoutis gehabt. Das hat die ganze Zeit anders genannt. Ah, das haben wir ja genau. Sie hat gesagt, ja, ich bin erst zehn. Was? Weihnachten. Weihnachten. Ja, Weihnachten, Liebe für... Er hat 18 gesagt. Ja, ja. Da gibt es doch das dumme Beutel. Liebe hat keine Grenzen und Liebe ist für alle da. Und dann sagst du so, Frau, Mann, 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 Frau, Frau. Und dann ist daneben nur so ein Beutel mit dem Alter, wo dann so 38 und 14 dort steht. Und dann drunter so der von Tom und Jerry, der Tom so mit einer Brille. What? Er denkt, ja, das ist irgendwie so wie die Werbung von die Gräner damals. Was? Keine Ahnung, weiß ich nicht, was du meinst. Ja, da bist du politisch nicht so aktiv wie ich. Nein, tatsächlich nicht. Aber du bist ja anscheinend bei den Gränern. Wir beide? So, Mann, ich gebe jetzt auf. Ich will nicht mehr. Ich kriege diese erste Form nicht zusammen. But why? Weiß ich nicht. Also, wenn ich meinen fertig habe, dann helfe ich da, okay? Hilf mir gleich. Nein? Ich möchte, dass du mir jetzt helfst. Nein, ich muss meine... Echt, das sind doch mehr wie 30, oder? Ich weiß nicht mehr, wie ich das erste Mal gemacht habe. Oh, Zeit. Ich weiß es immer noch nicht. Was sind denn eure Lieblings-Digimon-Folgen? Ich habe meine Lieblings-Digimon-Adventure. Alle anderen interessieren mich nicht. Wie gesagt, die waren 1999 schon sexuell aktiv. Hör auf mit dieser... Lüge. Sexuelle Übergriffe auf Minderjährige verjähren. Ich lasse deinen Onkel endlich in Ruhe. Okay? Du bist so gemein. Das ist jetzt tatsächlich... Es ist gar nicht so lange her, dass ich mir Digimon noch mal angeschaut habe, weil da waren auf Prime alle vier Staffeln drin. Vier? Von der Hauptding. Da gibt es ja dann was, was ich... Es gibt nur ein Digimon-Adventure. Ich finde die ersten zwei eigentlich ganz cool. Ja, genau. Das sind die... Folgen oder Staffeln? Staffeln. Okay, wirklich Folgen gemeint. Aber... Direkte Lieblingsfolgen. Ich finde, die haben oft so Dinge gehabt, die eigentlich ziemlich trauriger waren. Voll, oder? Weil wenn da Digimon-Stammel... Dann bringen die doch zum Schluss aus. Sie dann bei der Ende von Steffen, genau. Von Steffen 1. Von der Staffel 1. Das lebt dein Traum nun mal in der Klavier-Version. Und dann sitzt du da, rechnest nicht damit und denkst du, mein Gott, lebt dein Traum, den hier wird wahr. Und dann sterben es alle. Das war echt, ja. Aber wie kommst du jetzt auf Digimon und hat das was mit Weihnachten zum Dorf? Hat es tatsächlich doch so komisch einen Bereich mal gegeben, oder? Mit den Eisbären und das war ein bisschen so Christmas-mäßig. Warum auch immer, vor kurzem, mir so ein Video angeschaut über die Sänger und Sängerinnen von den alten Anime-Openings. Ich weiß aber, also YouTube schlagt mir manchmal verrückte Dinge vor. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Und dann habe ich mir das angeschaut. Und war dann voll gehypt, weil ich mir dachte, boah, aber Digimon war richtig geile Mucke. Das Intro von Digimon ist Bomben, gell? Ja, oder? Keine Ahnung, wie gesagt, ich war 1999 schon sexuell aktiv. Ja, auch wenn man sexuell aktiv ist, kann man sich doch was anschauen. Hast du dann aufgeheert, sexuell aktiv zu sein, da du jetzt so ins Anime-Meeting-Business eingestiegen bist? Ich bin jetzt verheiratet. Aber du hättest auch einen Hund? Scheiße. Halt, Seppi packt alles. Onkel Hund, dem ist scheißegal. Einen Onkel vom Hund. Und ich sollte sagen, die Sängerin, die diese, die weibliche Sängerin zum Beispiel das Dragon Ball Intro gesungen hat. Was? Dieses Finde deine sieben Dragon Balls. Von dem ersten Dragon Ball. Ja, wo er nur jung war. Das ist so schlecht. Aber pass auf, die hat jetzt erst vor, erstens mal ist es nicht schlecht, du Fotzen, und zweitens. Das will ich kurz kommentieren. Ich habe mir nämlich die Dragon Ball Serie auf Blu-Ray gekauft. Und da ist das Opening das Original-Japanische. Und wenn du das dann hörst, und dann im Vergleich das Deutsche, dann denkst du echt, die Deutschen haben damals einfach keine Fantasie gehabt, offensichtlich. Aber, auf was ich raus wollte, bevor du mit irgendeinem interessanten Scheißdachher gekommen bist, die Sängerin, die hätte jetzt das erste Konzert im Backstage gegeben. Und da haben wir gedacht, das war eigentlich ein guter Witz, wenn wir da hinfunden hatten. Und da halt einfach feiern, wie auf den normalen Konzerten, wo wir feiern, so die ganzen scheiß Anime-Intro-Little. Ich weiß zwar nicht, was die noch für ein Little aussieht, das von Dragon Ball gesungen hat, aber es werden sicher noch zwei, drei kommen, wo wir mitsingen hätten können. Wie bist du da draufgekommen? Da habe ich auf Instagram, hat es mir da irgendein Reel vorgeschlagen, wo das dann einer vorgestellt hat und hat gesagt, hey, hier ist die Anime-Ursel. Ursel. Und die kommt jetzt dann und singt Anime-Little. Also, ich muss echt da nochmal sagen, das ist wirklich schlecht, das Lied. Finde deine dieben Dragon Balls. Oh, San Koko, du bist unser Held. San Koko, du bist unser Held. Das ist schlecht. Du kämpfst dich tapfer durch die Welt. So alt. Das ist so billig. Nein. Voll. Jetzt lass in Ruhe, bitte. Ha, drink. Ich würde das lassen zu sagen. Was ist mit dir? Da wird sogar unser Assistentin sauer. Das ist echt schlecht. Aber zu Recht. Kennst du das Japanisch original? Nein, es kann doch gar nicht wurscht sein. Schau dir das an. Es kann schon sein, dass es das Beste ist. Ja. Aber das andere bleibt trotzdem geil, weil das Nostalgie und Kinder ist. Lass mich in Ruhe. Dazu noch diese ganz schlechte Animation mit dem. Genau, dieser Hubschrauber, der ist ja nicht mehr dazugehört. In dem Kino, oder? Das ist am Anfang, wo dann die Bälle sein. Ja, also total sinnfrei. Das ist richtig geil, wenn du eins gezeichnest. Lass mich in Ruhe. Ja, wirklich. Hat Dragon Ball eine Weihnachtsfolge gehabt? Nein. Die haben nicht so speziell gehabt, oder? Weil zum Beispiel, wie gesagt, Digimon hat ja so einen Bereich gehabt. Ich glaube, das ist so eine Welt, da gibt es keine Weihnachten. Ja, sie schlagen sich wahrscheinlich zu Weihnachten. Das große Weihnachten. Die ganze Zeit unterschreiben, es gibt ja einen Dragon Ball Film, wo sie einen Hitler drinnen und haben. Also warum nicht vielleicht einmal einen Weihnachtsmann? Was? Ja, da holen sie dann die ganzen Bösewichte, die kommen aus der Hölle wieder raus, und da ist dann der Hitler auch dabei. Okay. Das ist eigentlich schon traurig, dass dann in der Welt... Dass der Hitler in der Hölle ist. Nein. Dass dann Hitler einfach an und mit einbaut haben. Er kriegt dann auch noch mal auf die Schnauze eigentlich, ist ganz gut. Achso. Okay. Weihnachtsfolgen... Das waren dann fünf Folgen, so ein Goku gegen Hitler. Und dann sagt er, ich kratze dich nicht an. Komm doch her! Nein, ich glaube, da ist sogar irgendein Witz dabei, weil es blonde Haare haben, weil es super sei, jetzt schön zu werden und blaue Augen. Da glaube ich, ist irgendein Witz sogar noch dabei, auf das Aria-Zeug aus... Boah, fuck, das ist so lange her, die müssen ja nicht mal anschauen. Aber es ist eigentlich ein guter Witz. Was haben wir denn für... Was gibt es denn für geile Weihnachtsfolgen? Von was? Animes? Allgemein so. Also bei den Gummibären hat es eine Weihnachtsfolge gegeben. Ehrlich? Mhm. Bin mir ziemlich sicher. Da war das Intro dann wahrscheinlich mit Glocken hinterlegt. Boah, jetzt müsst ihr euch Gummibären-Intro auf Russisch auch hören, das ist super. Rastadri! Warte, lass mich raten, du kennst Gummibären nicht, weil du warst 1999 schon sexuell aktiv. Gummibärenbande ist wahrscheinlich aus den 80er. Ja, okay. Da war ich noch nicht sexuell. Da warst du zu jung. Da kannst du zumindest an die Übergriffe nicht erinnern. Da hat man mich nur in Ruhe lassen, ja. Ah, so schlecht. Für ihm, ja. Weihnachtsfolgen, mir fällt jetzt auf Anhieb aber auch von keinem Zeichen drückt, den ich früher da angeschaut habe, irgendwie eine Weihnachtsfolge. Es gibt bestimmt auch der Detektiv Conan Weihnachtsfolge. Simpsons gibt es eine ziemlich gute Weihnachtsfolge, wo sie ein Knechtrupprecht adoptieren. Oder das war doch eine Weihnachtsfolge. Ja, das kann sein. Und ist nicht eine von den ersten Weihnachtsfolgen, wo der Bart irgendein Spiel macht, der dann den Weihnachtsbaum kaputt oder so und zerstört alle Geschenke von allen anderen? Klingt das nicht so. Das ist eine Simpsons-Folge. Keine Ah, in Futurama. In Futurama gibt es geile Weihnachtsfolgen. Ehrlich? Mit dem Santa Claus, wo sie alle verstecken. Weil er der Roboter ist. Ja, der Roboter ist er, oder? Genau, und weil auch du das schierst, du bist auf der Bösen Lüste. Auf Prime ist jetzt so ein Film drin und der heißt, ich glaube, Mary Little Batman oder so. Das ist voll der kreisliche Zeichenstil, der hat einer. Ich bin aber irgendwie ganz lustig. Da geht es mich darum, dass der Batman schon lange im Ruhestand ist, weil er hat alles Böse in Gotham besiegt. Und er hat jetzt seinen Buben, einen, wie weißt du, nicht Damien? Robin. Nein, auch nicht Robin. Damien. Einen Damien hat er da. Und der will ich halt auch Batman werden. Und er kriegt dann seinen ersten Gadget-Ding, Gürtel. Gürtel. Und dann kommt Batman, muss dann irgendwo hin und kommt ein Einbrecher. Und dann verfolgst du jetzt so einen kleinen Batman, wie er dich verfolgt. Und es ist, er hat irgendwas gehabt. Dieser Film war irgendwie witzig. Er war scheißgereislich gezeichnet. Aber eineinhalb Stunden Weihnachtsstimmung habe ich gehabt. Schön. Ich hab Spaß gehabt, ja. Jede Menge Sprach. Wende deine sieben Dragon Balls. Wie geht das? Wende deine sieben Dragon Balls. Und deine Wünsche werden. Ja, es ist gut, okay. Es ist schon gut, aber es ist nicht so gut wie das japanische Original. Okay, gut. Sing mal das japanische Original. Tz, tz. Äh, das ist keine Ahnung. Ich müsste das auch... Macht's mal meine Mide-Mogner. Nein, du machst das jetzt. Dann zeig mal, wie es geht. Die Leute wetten doch da schon drauf. Wahrscheinlich, einer wird da sein. Ja, aber ganz eine schlechte Quote. Seppi, Seppi. Oh, na ja. Gibt's eigentlich irgendjemanden, der kommentarmäßig schon mal einen Seppi gefeiert hat? Jetzt mal über die Talkthroughs werde ich gefeiert. Nein, null. Da werden einfach nur ein Korbi seine 48 Franken gefeiert, die haben alles durchspielen. Fahne, weil die drin sind. Sehr schön, danke. Das ist gut. Das ist gut, wenigstens. Oh, nein. So. So, hab ich schon zwei geschafft und ich stehe wieder so da. Fuck, wie ist das gegangen. Wie du hast du zwei? Hä? So geht's nicht. Geh weg. Wie lange fahrst du denn eigentlich auf Barcelona? Schenkst du das nur, dass sie allein fährt und du dann zacken kannst oder fahrst du es miteinander? Nein, im Zwitsch mit. Nein, da werden wir wahrscheinlich fliegen. Floing? Ja, ja. Okay, jetzt sind ja zwei Fußabdruck interessiert die Nummer. Nein. Alles klar. Fuck, was hab ich denn jetzt gemacht? Ah, dumm batz. So, und dann dran. Der nachhaltiges Guide ist schon wieder vergessen. Müssen wir neu machen. Ach, der Kette hat echt einmal aufgefrischt. Eif, das ist echt. Irgendwie ist aber meins immer anders rum, als was da drin gezeichnet ist. So war das. Und dann kehrt das runter. Und das kehrt da rein. So. Ich glaub, mit niemandem dann unsere einfach Kurbi. Weil drei ist geschafft worden. Und dann drehe ich das. Das schaut doch jetzt ganz anders aus. Na, probieren wir es. Tu es einfach, tu es einfach. Findet ein sieben Dragon Balls. Scheiße. Okay. Steppi, was hast denn dann du so in den 90-Gar geschaut? Goggles. Alle Goggles-Beste. Wo es übrigens jetzt auch ein Spiel gibt, glaube ich. Ohne es soll eine Realserie geben. Eine Realserie, ja. Geile Scheiße. Goggles waren die Besten. Die waren echt geile. Kann man sagen, was ich mag. Da darfst du jetzt von Neckar, fast schon von dem Figurenhersteller, so richtig geile Figuren, die richtig geil ausschauen gehen. Sag doch mal geil. Geil, 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 geil. Gar geil. Die Figuren sind gar geil. Die sind gar geil. Das war stark. Das ist ein super Wortspiel. Gar geiles Figuren. Aber halt. Kollege. Der muss halt hier mal ordentlich blechen, nicht wahr? Und Biker Meist from Mars wäre sehr geil. Die habe ich leider nie gesehen, glaube ich. Die waren bombengeil. Ich kann mich nicht daran rinnern, was ich nicht gesehen habe. Der Modo, der Rico, den dritten kriegen wir zusammen. Der Bäsi war vor allem der Limburger. Irgendwas bei dem da stimmt nicht. Ich habe schon drei. Ich jetzt auch. Ist das eine Blatt kaputt, oder wie? Geht's da nicht? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Also ich habe das jetzt da hingepresst. Ich weiß nicht, was du machst. Ja, ich kann's halt nicht. Check's das. Du freutest das einfach die ganzen Blöden in der Hand. Ja, ich bin aber so abgelenkt. Er ist so nervös. Hoffentlich fragen sie mich jetzt gleich wieder was. Oh Gott, oh Gott. Ich habe das Basteln so viel. Ich hätte da nie was zusammengesehen. Ja, wisst ihr, wer noch Weihnachtsfragen gemacht hat? Wie war der Movilusion? Das ist jetzt schon die dritte, vierte? Ich glaube die vierte, ja. Nein, die dritte. Jetzt pass auf, wir haben einmal aufgenommen. Und einmal nicht. Und einmal Video gemacht. Also, glaube ich, die dritte, oder? Vor allem, das gibt es jetzt das dritte Jahr. Was? Das war doch gar nicht besuffen, oder? Ja, genau. Da war gemeint, wir können alle besuffen. Da war es noch eher ein versoffener Alkoholiker-Sack. Und es ist immer nur ein Weltklassiker. Möchtest du noch mal ein Likörchen? Warte noch. Ich muss mich ganz kurz so konzentrieren. Wir haben ja den Hazelnut probiert. Ich glaube, du willst es nicht betrunken machen, dass du... Tage später ab die rühren kannst. Genau. Was habt ihr denn zum GTA 6 Trailer gesagt? Geil. Das ist ein schönes frühzeitiges Weihnachtsgeschenk auf alle Fälle. Da habe ich halt gehört, dass der anscheinend kurzzeitig geleakt hat. Und dann haben Rockstar... Ich glaube, dann ist es irgendwie zwölf Stunden früher rausgekommen. Genau. Ja, der hätte eigentlich einen Tag später gekommen sein oder so. Oder fast einen Tag. Das ist auf alle Fälle cool, aber das hört man uns für den Tag drüber aufhören. Ach, Kim. Es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. Die Leute, die werden jetzt gerade so überrascht zu sagen, boah, die reden jetzt über GTA 6. Was? Es gibt einen GTA 6 Trailer. Und rufen ihre ganzen Freunde. Hey, ich bin von Lumen von Illusion und redet in der Weihnachtszeit über GTA 6. Ich habe noch gar nichts gesehen. Boah, spielen sie es dann auch? Was? So ein Scheiß-Trick. Oh Gott, ich muss mal wieder von neuem anfangen, wie das geht. Hast du eigentlich schon an unsere Community gesagt, dass wir jetzt einen neuen Besitzer haben? Ja, nein, habe ich noch nicht. Okay. Aber das ist ja noch nicht durch. Ach so. Warum? Wir werden jetzt dann vielleicht aus Asien gesponsert. Gibt es so keinen Notattermin für die Brüder? Nein, das haben wir noch nicht. Das müssen wir noch überschreiben, die Rechte und so weiter. Das läuft nur. Also erst, wenn wir es wirklich fix durchhaben, dann sagen wir es euch. Dann haben wir nämlich... Oh Gott. Was? Ich finde das nicht. Was habt ihr denn? Gibt es vielleicht irgendwie... Du hast deinen Becher noch gar nicht gegessen. Dankeschön. Ich habe meinen Becher noch gar nicht gegessen. Nein, die sind ja zum Essen. Likörchen. Jetzt habe ich es wieder, so wie vorher. Geil. Uh, der Becher steckt. Ach, ich habe wieder ein Eierlikör. Danke. Nein, lieber nicht. Dann... Likörchen. Jingle Bells. Ist der auch gesponsert vom Penninger? Ah ja, also wir waren ja nämlich jetzt erst in der Klassenfahrt mit den Hardline-Säppen und so weiter und beim Penninger und da gab es köstliche Likörchen zum Kaufen. Boah, also der Eierlikör schmeckt nach Eiern. Also ich muss sagen, der Nuss, der ist Bombe. Ich muss nache essen. Pardon? Du musst einen Becher essen. Okay. Das wird dann wahrscheinlich nicht die Hälfte im Bunt spucken, oder? Oh, 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 oh. Das musst du ja nicht aufräumen, oder? Okay. Gibt es eigentlich bei euch seit letztem Jahr... Irgendwie ein neuer Weihnachtsfilm? Was sagt ihr denn? Mist, soll ich immer wieder anschauen? Schöne Bescherung. Ein was Neues, irgendwas Neues. Habt ihr mal wieder irgendwie so... Das ist ein zeitloser Klassiker. Ja, aber ich frage noch was Neues. Neue Weihnachtsfilme kann man immer nicht anschauen. Hast du schon mal geschaut, wo das rauskommt? Also auf Netflix zum Beispiel. Ja, den Scheiß schaue ich nicht. Aber jetzt hat ich mir ein Mew geschaut haben. Ein Wonderful Knife. Den könnte ich mir jedes Jahr vorstellen, dass ich mir den mit einschmeiße. Ihr habt das schon wieder falsch gemacht. So was schaue ich mir nicht. Oder schießt es und so, oder? Nein, nein. Dann wird nur gestitscht. Gestitscht. Ah, okay. Du erschießt es. Reine Stitcherei. Reine Stitcherei. Aber... Ey, das ist doch echt zum Kotzen, oder? Ja. So hast du den. Da soll ich irgendetwas sagen, das ist beruhigend. Das ist einfach nur Wahnsinn. Das machst du sogar in psychosomatischen Kliniken. Echt? Mhm. Darum werden die Aufenthalte meistens verlängert. Ich bin noch nicht durch. Wie lange wird denn jetzt die Folge ungefähr dauern? Eineinhalb Stunden. Weil, wie der Korbi vor schon gespoilert hat, der Sackschwanz. Ich habe ein Spiel für euch hergerichtet. Und da eure Weihnachtsgeschenke für eure Partner und Onkels ziemlich bescheiden sind. Ja, ja, das war... Ich weiß auch nicht. Manche Leute schenkern ja nicht am Onkel, wo es manche nicht. Das ist ja eben sich frei überlassen und so. Ich hasse das auch. Auf alle Fälle habe ich ein Spiel entwickelt. Entwickelt. Du. Tagelange Arbeit war das. Wirklich tagelang. Du musst aber aufpassen, dass vom Joko Winterscheid klaut wird. Na, warum klaut der öfter Spiele? Ja, ich glaube schon. Okay. Der hat jetzt sogar Schokolade rausgebracht. Echt? Wie war es die? Jokolade. Ah, genau. Wow. Lachen aus dem Off. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich habe ein Spielchen für euch hergerichtet. Wir kriegen jetzt gleich Behälter. Der hat drei. Dress. Ich glaube, du wirst einfach nur nicht, dass er sitzt. Ja, das muss er noch nicht gleich. Ich erkläre euch jetzt erst einmal die Regeln. Ich erkläre euch jetzt erst einmal die Regeln für das Spiel. Ich habe es jetzt fast. Ja, gib ihm. Also, jetzt kommt dann ein erster Behälter. Da zieht es einen Zettel raus. Einen Zettel. Auf dem steht ein Geschenk. Geschenk. Dann gibt es einen zweiten Behälter. Da zieht es auch einen Zettel raus. Jetzt bin ich raus. Ich erkläre es doch noch mal. Okay, Gott sei Dank. Da zieht es auch einen Zettel raus. Und da steht dann eine Person, der ihr das Geschenk schenken werdet. Und dann gibt es einen dritten Zettel. Auf dem steht dann drauf, wo dieses Geschenk verpackt wird oder wo dieses Geschenk dann übergeben wird. Ist das jugendfrei, das Spiel? Durchwachsen. Und ihr müsst mir dann sagen, warum ihr dieses Geschenk ausgewählt habt. Für diese Person in dieser Art Verpackung, Ortlich, Örtlichkeit und so weiter. Okay. Ich bin sehr gespannt, was wir da für tolle Geschichten haben. Ich habe eine Frage. Hast du das schon mal Test gespielt? Nein. Das ist mir nämlich heute erst eingefallen. Okay. Gut. Und wie bist du da drauf gekommen? Durch meinen unglaublich krassen IQ, der knapp über dem Pisa-Durchschnitt liegt. Und der ist ja ziemlich weit unten mittlerweile, was da jetzt schon angeht. Okay. Und du hast den ganzen Tag wahrscheinlich die Zettel vorbereitet, anstatt, dass du dich hier um die Technik gekümmert hast. Das funktioniert einfach frei. Was? Hättest du mir meine SD-Karten nicht gestohlen, dann war jetzt auch nur eine dritte Kamera, aber gut, das steht auf einer anderen Pläne. Ich wünsche mir zu Weihnachten von dir eine neue Speicherkarte. Passt. Aber so funktionieren meine Pläne. Weißt du, ich klau von anderen Leuten was und schenke denen das dann. Und dann freuen sie sich drüber. Den Scheißdruck habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Weißt du, mit wem? Nein. Mit ihrem. Was? Ich habe nicht auch passt. Ich habe damals mal sein Sandman Vol. 1 oder 2 ausgeliehen, dieses fette Omnibus-Comic-Ding. Und dann habe ich das durchgelesen, habe ich an der Geburtstag gehabt. Und dann habe ich ihm, ich habe ihm zwar so auch noch was geschenkt, so nett war ich schon, aber habe ich mir auch dieses Ding gepackt und er packt es aus. Und so, wow, geil, Leute, das zweite Band Sandman war lecker. Und freut sich vorhin und dann sage ich, du Vollidiot, den hast mir du vor dem halben Jahr ausgeliehen. Den haben wir jetzt fertig gelesen und gibt dann wieder. Mit einer Dane drin. Ja, leider war ein Dulaken drin, das stimmt, ja. Aber da du ja über deine Comics in der Regel eher drüber kotzt, das ist ja wurscht. Entschuldigung, ich habe aber vielleicht ein Alkoholproblem gehabt, wenn man jetzt mit 20ern. Es wird immer interessanter. Also du warst 1999 schon sexuell aktiv. Wir wollen jetzt nicht mehr ausdiskutieren, warum. Und du hast zwar ein Alkoholproblem gehabt, dass du über Comic-Hefte drüber kotzt. Ja, also das war quasi ein Hobby von mir, dass ich mir alle meine teuren Sammelalben abkotze. Nein, ich habe halt einmal einmal über die Strecke geschlagen, mit meinem ganzen Limpen dann blöd gestolpert und statt aufs Klo neben das Bett gefallen. Und dann war halt da zufällig mal VW Vendetta Sammeledition. Die ist jetzt ein bisschen voluminöser, bis es früher war. Ja. Die hast du jetzt VW Vomitta. Ja, unglaublich unangenehm sowas. Das ist echt nicht schön, ne? Ich finde deine sieben Dragon Balls. Assistent, wir brauchen jetzt einmal den ersten Behälter mit Geschenken. Bitte. Musst du sagen. Na? Du musst schon mal ein bisschen höflicher werden. Na? Ja, ich wünsche dir das zu Weihnachten. Jetzt misch das durch, ich habe es in der Reihe hingestellt gehabt. Jetzt schrei mal heute nicht auf. Ich glaube, der Jason ist der Erste, du Vollidiot. Ja, war er hinterlei. Ja, passt doch, he? So. Ich schreckt. Nimm dir ein Zettelchen. Du darfst doch nicht lesen, gell? Einerseits, wenn du alle drei hast. Jetzt nimm dir da ein Zettelchen. Nicht lesen. Leg es hin. Leg es hin. Leg es hin. Sepalot. Ich will doch nur ausbremsen, weil ich jetzt fast das erste fertig habe. Ich mische nochmal für dich. Nimm dir ein Zettelchen. Eins. Eins. Nicht lesen. Entschuldigung. Du rachst komplett aus. So. Nächst one. Dabei fällt dir. Ich glaube, dass wir nämlich kurz warten müssen, weil mir die Kamera sonst ausfällt. Stimmt nicht. Warum? Dann sind wir bei 30 Minuten, 50 Sekunden. Und da stehen, sind wir bei 50. Ja, aber du hast doch vorhin schon einmal... Ja, ja, ja. Habe ich, aber... ...weil meint es, dass die Kamera nach 30 Minuten ausfällt. Ja, weil der Lügner ist. Ist das schon das Richtige jetzt? Warte mal, was haben wir denn das? Lass mich in Ruhe. Ja, es ist ein Prinzip... Ey, jetzt pass auf. Das ist, wo das verpackt wird. Es ist ein Prinzip, was... Das macht so viel Spaß. Jetzt schon. Super. Vor allem, du musst dir nämlich eine Geschichte dazu einfallen lassen. Okay. Muss ich. Ja, vor allem, du Trottel. Warte mal, muss ich jetzt wissen, was was ist? Nein, du kannst es dann auch... Erkennt ihr das dann? Ja, vor allem, erkennt ihr das. Ich habe übrigens eine tolle Jar Jar Binks Tasse. Die ist wunderschön. Irgendwie auch befremdlich. Ja, ich fand es eigentlich komisch. Ich habe auch noch nie daraus drungen. Hoffe ich. Super Mario Brothers 35th Edition. Die ist hübsch. Die ist hübsch. Die kann man herzuhalten. Warte mal. Du kommst dir nicht vorruf. Scheiße. Schaut irgendwie nicht richtig aus. Das gehen ja da völlig schwachsinnige Sachen, das hat da entstehen. Da geh ich schwer davor aus. Da sind ja viel weniger drin. Ja, wir sind ja die wichtigsten Personen in eurem Leben. Ja, jetzt fällt mir jeder sein Ding fertig, was er da hat. Ich bin fertig. Mach ich das nächste. Finde deine 30 Blätter und falte sie. Denn in ihnen steckt die Sauerkraft. 30 Blätter müssen gefaltet werden. Aber mich macht das immer noch fertig, dass du in die Pokémon geschaut hast. Was hast du dann in deiner Jugend geschaut, was die bewegt hat? Was hast du in deiner Kindheit geschaut, was die heute noch begleitet? Southpuck. Als Kind. Ja, keine Ahnung. Habe ich doch schon gesagt. Biker Mies from Mars war zum Beispiel so sacht. Die waren richtig gut. Und Gargoyles. Und Gargoyles waren richtig geil. Und ich habe... Kennst du... Ich bin ja bei den Animes früher... Kennst du Extreme Dinosaurs? War geil. Ja, ja, das kenne ich auch, ja. Extreme Dinosaurs war in so einem komischen Alter. Da war ich schon ein bisschen zu alt für den Einstieg. Und noch ein bisschen zu jung, dass ich es komplett vergessen werde. Also es war ganz komisch. Und da habe ich nicht so richtig reingekommen. Ich habe noch Lady Oscar und sowas gesehen. Also die ganz alten Animes. Lady Oscar. Ganz so wie die Serie, wo es irgendwie um die französische Revolution geht. Und das ist so eine, so blonden, wallenden Haar, die fechtet immer ganz fest. War die scharf? Die war gescheit scharf, ja. Meine erste große Liebe. Das war bei mir Mila Superstar. Mila natürlich auch, ja. Subasa und die tollen Fußballstars. Ah, es ist richtig ein Mist. Es ist richtig gut. Richtig gut, ja. Richtig gut. Sei bitte nicht so. Du sagst es gerade. Richtig gut. Was habt ihr jetzt dann als Kinder für Weihnachts... Dass du mir auf Weihnachtssagen kommen musstest. Das ist auch eine Weihnachtsfolge. So ein brunst dummer Sau-Depp. Oh Gott, nein. Warum machen wir das eigentlich nicht zu Ostern? Was habt ihr als Kinder für... Was hast du gegen Ostern? Wieso machen wir mir da gar kein Ostern-Eiersuch-Hasen-Special? Ja, machen wir im nächsten Mal. So Weihnachts-Kinder-Dinger. Was waren da eure... Was habt ihr da gemacht? Ich habe da ganz viel vergessen. Ich habe nur noch so Fragment-Erinnerungen von den... Das ist wahrscheinlich ein bisschen. ...Zeichendricks, Mann. Zeichendricks aus meiner Kindheit. Da weiß ich echt null mehr über die Kosten. Das waren meistens irgendwie so Fantasy-Märchen. Das war wie das letzte Einhorn. Ja, so war es. Das ist Weihnachten immer gelaufen. Wo sie... Ich weiß zwar nicht mehr sicher... Ich glaube, das war immer zur Weihnachtszeit. Das war Valhalla. Ah, ja. Das war die... Mit dem kleinen Vielfraß-Typen da, mit der, der in die Götterwälde irgendwie reingekommen ist. Das war ziemlich geil. Das habe ich sehr geliebt. Geil. Und wir hatten das, glaube ich, da geheißen, wo es die Riesenranke da in den Himmel auf geht. Und dann... Jack the Giant. Jack and the Giants oder irgendwas. Das waren einmal... Die sind immer so um Weihnachten rumgekommen. Oder mit den drei Wunderwohnen. Ja, das sind zwar keine Weihnachtsfilme, aber die sind immer so um die Jahreszeit gekommen. Und die habe ich sehr gefeiert. Das sind meine absoluten Lieblingsfilmchen. Das ist schön. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr darüber erinnern. Ich war so wirklich eigentlich nur noch das letzte Einhorn. Der sowieso. Der war ja quasi Pflichttermin. Nein, da war ich zu jung. Das war immer zu weird. Das heißt doch FSK0. Aber er hat trotzdem... Echt FSK0? Der glaube ich ist FSK0. Der hat sogar ein Regalstück. Können wir später nachschauen. Krasserschöße. Aber es ist auf alle Fälle eine fragwürdige FSK0. Ja. So wie bei die Frau in Schwarz, die das FSK12 fragwürdig war. Echt? Alter. Ja, ja. Manchmal verstehe ich das. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da vor mir los ist. Ja, also wo ich dann ein junges Kind war, da habe ich dann schon gerne einen Stürb langsam geschaut. Ich weiß ja, das ist für mich nie so ein Weihnachtsfilm gewesen. Es spielt Weihnachten. Ja, aber das habe ich mich nie interessiert. Beide Teile, oder? Die ersten zwei, die spielen ja beide an Weihnachten. Der erste, der kommt ja zu der Weihnachtsfeier von seiner Frau, oder? Ja. Ja, genau. Aber das ist doch nicht so richtig weihnachtlich, weiß ich. Ich habe ja keine Ahnung. Da ist doch dann immer noch so ein Film gelaufen mit Samuel L. Jackson. Stirbt langsam drei. Nein. Das ist auch irgendwie so ein Samuel L. Jackson, glaube ich, und irgendeine Frau in der Hauptrolle. Tödliche Weihnachten. Kann sein, ja. Der, glaube ich, ist auch immer an Weihnachten gelaufen, oder? Das war anders. Ja. An den kann ich mir aber... Tödliche Weihnachten weißt du, wenn nur an Weihnachten kommt. Ja, du weißt aber schon, dass Weihnachtsfilme nicht nur an Weihnachten gelaufen. Also ich habe jetzt schon fünf. Gott. Ich habe jetzt die siebte Graf. Ich habe auch fünf, ich mache gerade die sechste. Wir sind jetzt einmal in einer Stunde. Zudem gibt es übrigens eine Verschwörungstheorie, zügige Weihnachten. Okay. Da ist dann nämlich profiziell, dass bei J-Center theoristisch hochreformiert. Okay. Scheiß Verschwörungsaffen. Was wünschen Sie, sehen die Leute eigentlich zu Weihnachten? Neu Akkus für die Vögel auf die Dinger oben auf die... Alufolie. Ah, stimmt. Könnte auch so, ja. Jetzt mach einmal Seppi. Nein. Das wird bei dir einfach nichts mehr. Schaut doch gut aus. Ja, das geht so. Seppi, mach lieber einmal... Jetzt schaust du mal, was du wem wie schenkst. Und dann erzählst du uns dazu, warum du dich dafür entschieden hast. Also der erste ist dein Name, oder? Ja, du kannst einfach alle drei aufmachen. Warum du dich dafür entschieden hast? Das hat er doch gar nicht. Was hast du jetzt da? Harnrührenvibrator. Was ist denn das? Das, was du sowieso hast. Schlafzimmer. Okay. Und wem schenkst du das? Firmenführung? Ja, du wolltest geschlechtsneutral halten. Und hab deswegen nicht schön viel gestimmt. Firmenführung. Firmenführung, okay. Okay, und wie gibt es da... Das ist jetzt natürlich ein bisschen unangenehm, weil die Firmenführung... bin ich halt selber. Dann denk zurück an die letzte Firma, in der du gearbeitet hast. Die gehört ja zufällig... Das ist doch geplant, oder? Der ganze Abend ist doch geplant. Die gehört ja zufällig seinem Onkel. Ja, weil er sagt, der ist so geplant. Aber da gibt es ja auch viel, oder? Ja, Gott, ja, Gott. Wie gut ist das jetzt, dass du das zählst, der Vollidiot? Ja, das ist ja fast unmöglich, gell. Ja, Revanche halt einfach. War eine lange ausgefeilte Revanche. Okay, aber warum im Schlafzimmer? Wie ist das ja gegangen? Wie kommst du darauf, dass du es im Schlafzimmer machst? Unauffällig. Da geht es unauffällig von der Hand. Wie stellst du dir das jetzt so vor, diese Geschenkübergabe? Wie wird das ausschauen? Ja, sie hat zeremoniell und jetzt fick dich im Wachstum. Oh Gott, ich habe echt Tränen in der Augen. Das gibt es echt nicht. Wie geil das passen kann. Ich habe übrigens nur immer die gleichen Sachen eingeschmissen. Achso, ja, natürlich. Du hast das Ganze schon hier gelenkt. Das war ein lang angelegter Witz, dass das auf Missbrauch von dem Onkel herausläuft. Und Respekt für diese Planung. Sehr gut. Das geht schon seit einem Jahrlauft, die Planung schon. Möchtest du vielleicht nochmal was Neues zeigen, Seppi? Nein, danke. Möchtest du vielleicht was anderes? Ich möchte einfach einen Defibrillator von Korbi, weil das stimmt. Der Korbi darf jetzt sein Teil da fertig erfolgen und dann darf der Korbi sein Geschenk erzählen. Wen er denn noch schnaufen kann. Kannst du auch das besprechen? Oh, ist das gut? Zauberhaft. Das stimmt wirklich, Victor. Ja, zumindest ist er bei Elfse gestorben, das ihm Spaß macht. Erfolgen. So wie der Paul Walker. Ähnlich. Was? Dann gibt es doch immer dieses komische Zitat, wo es heißt, trauert nicht um mich, wenn ich bei einem Autounfall sterbe, weil ich dann bei dem, was mir Spaß gemacht hat, gestorben bin. Ob das echt ist, keine Ahnung. Das ist ja typisch Hickaufkleber, oder? Also wie geht es jetzt? Genau, du machst jetzt einfach auf und dann schauen wir mal das Erste. Pokémon Gummipuppe. Von was für einem Pokémon? Die gibt es vom Lapras mit einem Dildo zum Draufsitzen. Dann gibt es ein Glurak mit Titten und eine Öffnung unten. Es gibt einen Dragoran, glaube ich, sogar mit Schwanz. Also es gibt mehrere, du kannst da was aussuchen. Okay. Wem schenkst du das? Wo verpackst du das? In einem Sautrog. In einem Sautrog. Und du schenkst es? Freundin, Frau. Schön. Ja. Warum? Warum? Weil Pokémon natürlich wie anders bei Leuten, die 1999 schon sexuell aktiv waren, wir ja das natürlich als Kinder nur genießen konnten und jetzt kommt man halt zur nächsten Stufe, dass man das als Erwachsener genießen kann. Genau. Und wie kommt es auf die Idee, dass du das in einem Sautrog her schenkst? Ist das irgendwie ganz bizarr? Ja, weil, also es ist doch einfach. Okay, dann verzeih es mir. Das dauert aber ganz schön lang. Schaut ein Sautrog aus, das ist so ein Holzding mit einer Kuhle drin, oder? Ja, genau. Ja, weil, wenn man da was vollsaut, dann kann man das einfach drinnen lassen. Achso, ist der von einem Squirt drin? Deswegen? Nein, es kommt ja auf die Pokémon-Gummipuppen drauf an. Was leiden Sie wie auch nicht mengen? Was meinst du denn? Oh, erste Generation. Was mag da meine Frau? Oder was spricht bei, welches Pokémon spricht bei einer Frau sexuell an? Ja, genau. Eine dieser großen philosophischen Fragen. Ja. Bei uns war es ja einfach, das war es Rosanna. Auf der ersten Generation. Ganz klare Sache. Richtig pervers wäre wahrscheinlich irgendwie Bisasam oder so. Ja, genau. Rampenhieb. So, belassen Sie es mal dabei. Was hast denn du? Ich habe nichts gesagt. Ja, was soll ich denn die Scheiße? Hier, circa. Ich wollte eigentlich rausbleiben aus dieser ganze Geschichte. Ich habe es mal überlegt. Okay. Dann, hier, circa. Wo sind das andere? Das ist rechts von dir. Da. Ah ja. Und hier circa. Was? Nicht so. Entschuldigung. Schrei mich nicht so. Da nimm das. Was? Das ist unfair. Mann. So, Kani. Was hast denn du für ein tolles Geschenk? Büro? Mhm. Hund? Ein Prostata-Massage inklusive Vorsorge. Oh Gott. Tja, Kani. Ich habe keinen Hund. Also mache ich das mit dem Korbiseim. Ja, Mann. Echt, ey. Kampi, weil ich habe mir gedacht, ich mache mir Sorgen um ihn. Und da ich dich wahrscheinlich dann einmal an Weihnachten zum Bier trinken am letzten Arbeitstag im Bürobesuch, nehme ich das gleich mit. Und Kampi ist ja dann nicht da. Der wird dann da sein. Das ist eine Regelung mit deiner Frau. Der wird dann da sein. Okay. Gut. Also würde es auch aufregen, dass das Weihnachten ist. Das Weihnachten wird auf alle Fälle actionreich. Ja. Vor allem für den Hund. Aber ich muss jetzt sagen, von allen den Geschichten habe ich emotional am meisten die auch körperlich hat es dich sehr mitgenommen. Also das vom Seppi, das war schon Herz. Das ist echt schön vom Seppi. Dass es auch was zurückkippt. Das würde schon schön. So eine Story schaffen es meistens immer bei irgendwelchen Dallys. Ob es die jahrelang laufen, dass die so langfristig aufbauen, wie du das heilgeschaut hast. Das stimmt. Das hat schon so WWE-mäßig gesagt. Ja, voll. Das ist richtig gutes Booking. Das ist richtig gut, ja. Ich werde eigentlich noch mehr Runden trainen. Ja, ich wäre auch all sie lieber durch den Scheiß. Ich habe immer gesagt, das war doch geplant. Warten wir noch nicht einschauen, gell? Auf gar keinen Fall muss man diesen G. Immer schön warten. Wo ist der Dritte? Wo ist den anderen Hiro? Da steht er. Da steht er. Es wäre so lustig, wenn du jetzt Onkel ziehst. Aber das dann 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 würde ich aber hier sagen, das Spiel ist fingiert. Ich glaube, einen Onkel gibt es tatsächlich nicht. Aber schauen wir mal. Man beschenkt dir noch mehrere. Oh, ein Fast and Furious Marathon. Oh, oh, oh. Wem tust du das an? Der Oma. Der Oma. Und wie macht sie das? Schauen wir mal, ob es ein Ort wird oder ein Geschenk? Beim Restaurant. Beim Restaurant. Das war jetzt wenig spektakulär. Das ist ein bisschen fad, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, weil manche Leute taugt es. In welches Restaurant hat es gehen? Steht der Oma auf Fast and Furious? Meine Oma stammt tatsächlich mal auf Big Macs. Deswegen würde ich sagen, McDonalds ist da der richtige Ansprechpartner. Okay. Cool. Sonst war das ein ziemlich lehmer Zug. Da fällt mir nicht einmal was Blödsinn, was uns das irgendwie noch retten kann. Das stimmt eigentlich, ja. Das ist irgendwie jetzt eine blöde Kombi gewesen. Lass mal den Korbi nochmal. Warte. Geil. Und noch eins fertig. Oh Gott, ich habe so einen Lauf. Hey Leute, das wird eigentlich, ich denke, zwei Stunden dauern. Ich weiß nicht, ob wir wirklich dieses Video, diesen Stern fertig basteln wollen in dem Video. Also ich habe nur noch 28. Wir zählen jetzt damit zusammen, vielleicht kriegen wir ja eine Kombination und machen einen bunten Stern. Ich kann genau null beisteuern. Okay, null. Also ich habe sieben Tage durchgehend getragene eigene Unterwäsche. Dafür würden manche Leute wahrscheinlich echt was zahlen. Das sehe ich, Für meinen Opa mit zwei P. Opa. Das ist der Opa. Also der Opa. und es ist eine Schachtel mit Luftlöchern, natürlich. Okay, damit die Unterwäsche auch ordentlich viel Luft bekommt. Okay, das ist gut. Und wie kommst du drauf, dass du deinem Opa sowas schenkst? Ja, also er trägt ungern welche. Unterwäsche? Gebrauchte? Oder generell? Generell. Er klappt da nicht drauf. Und wie meinst du, und du meinst, dass du mit dem jetzt überzeugen kommst? Ja, ich sag halt dann, die ist schon abrupt. Sieben Tage lang. Okay. Deswegen würde ich auch tragen. Okay. War gut, gell? Das ist gut, ja. Für meinen Opa. Dein Opa und die Oma. Dein Opa und die Oma. Soll ich sie auch noch mal? Ja, bitte. Bitte. So, ich will die ziehen. Das war immer so lustig. Du hast vorher schon eins von mir gezogen. Das war aber so lustig. Ja, das war super lustig. Wen würdet ihr denn gerne so Prominenten bei euch am Weihnachten begrüßen? Nein, gar keinen. Ich möchte bei der Weihnachtsfolge mal den Maik begrüßen zumindest. Das war schon genug Prominent. So, was habe ich? Odelgrube. Warte, schenkst du das her oder ist das der Abus? Einen Analdiener. Okay. Überreiche ich in der Odelgrube. Wird das dann eine Odelgrube? Oder ist das... Meine Schwester. Oh, okay. Angenehm. So, jetzt erzähl mal, wie kam es dazu? Weiß ich, dass ich es gewünscht habe. In der Odelgrube? Sie ist... Ich habe gesagt, was wünscht es euch so? Und dann ist das gekommen. Wer bin ich? Who am I to judge? Ah. Who am I to judge? Weiß ich. Und das ist halt dann ein Geschenk, das kriegt ihr dann. An Weihnachten, das ist das Fest der Liebe. Eben. Und ja. Manche Wünsche hinterfragt man einfach nicht. Nein, da habe ich auch gesagt, du, es ist dein Leben. Es ist dein Arschloch. Es ist dein Trauma. Es ist dein Odelgrube. Mir ist das wüscht. Steckt denn dein Odelgrube ein, was du möchtest? Das ist eigentlich so zweideutig. Dann alde ich den Odelgrube ein. Ah, nein. Es wurde für Arschloch gefunden. Das ist schön. Gut, endlich. Das ist schön. Müssen wir das nicht mehr so oft sagen. Nein, endlich kommen wir. Ja, das hat mich auch schon immer genervt. Ja, und an Weihnachten soll es sowieso ein bisschen anders formuliert werden. Hey, hey, hey. Da bleibe ich ja bei dem Begriff Wurstfabrik für Arschloch an Weihnachten. Das ist ein bisschen angenehmer. Wurstfabrik. Ja? Wenn du beim Arzt bist und dann irgendwie sagst, ja, was haben sie denn? Ja, meine Wurstfabrik. Der brennt auch immer. Ich glaube, die streiken. Weiß nicht, was da los ist. Irgendwas stimmt da nicht. Was haben wir denn da? Ah, wir haben ja gerade noch zwei Personen, die was geschenkt kriegen können. Ja, aber warum? Dürft ihr euch jetzt warten? Ist da keine gerade Zoll dabei rausgekommen? Nein, ich habe einfach nur aufgeschrieben, was mir eingefallen ist und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir jetzt nicht. Also dürft ihr eh es zwei noch einmal was verschenken? Ja, super, genau. Damit du deinen Spaß hast. Links oder rechts? Rechts. Du kriegst links. Da könntest du aber noch mal zahlen. Zahlen geben. Gut, gut. Schön. Da sind 100.000 drinnen. Ja, weil mir noch mehr eingefallen ist. Geil. Warte noch, gell, noch nicht schauen. Boah, ist das... Schau mal, wie produktiv ich bin. Das ist ja Wahnsinn. So, was ist los? Das da noch. Und dann ist das letzte Geschenk, was ist dieses Weihnachten oder nächstes Weihnachten schenken. Seppi? Oh, ein Kochkurs. Ein Kochkurs, wen? Schulalula? Was? Schulawla? Schulaula? Schulaula. Aha. Schulaula. Schulaula. Schulawla, ja. Schulawla. Das ist schon wieder ein geiler Spitzname. Ja. Hey, Schulawla. Also, ich schenke also meiner Mutter in der Schulaula einen Kochkurs. Wie geben Sie auf das? Weiß ich nicht, weil ich extrem unkreativ bin und das langweiligste Zungen habe, was es schon wieder gibt. Kann der Mama nicht kommen? Das würde ich so nicht sagen. Also, kommt darauf hin, wie man jetzt Maggi bei Leiort nicht. Okay. Also, sie braucht auf alle Fälle mehr Unterstützung. Definitiv. Nein, Schmarrn, meine Mama kocht ganz gut. Okay, aber warum dann einen Kochkurs? Warum dann einen Kochkurs? Um einfach mal auch den Horizont zu erweitern, ne? Ja, vielleicht ist es so... Wie ist es ein Veganer-Kochkurs? Vielleicht ist es ein Ramen-Kochkurs oder so. Ein indisch-Veganer-Kochkurs. Ramen. Ramen wäre schon cool. Ja, ein bisschen spicy. Das ist ein bisschen spicy Ramen. Rode Suppen war das, gell? Mhm. Da haben wir eine Geschichte dazu. Ja, und ich habe dann auch eine Rode Suppen. Die doppelte Ladung. Das war auf alle Fälle gut. So, Corby, was ist dein letztes Weihnachtsgeschenk? Ja, einen Moment, bitte. Ich mache hier gerade noch. Wann brauchst du immer so lange? Weil ich hier wirklich was tue. Für die Community. Jeder freut sich, dass wir hier basteln. Ja, den Stern verlassen wir danach. Für die Community. An alle, die das dritte Steady-Abo haben. Iweta schreibt gerade ein paar. Geil, ich will den. Ja, ich denke es auch. Ich meine, ich will den vom Seppi. Das muss ich leider enttäuschen. Also du bist echt so ein richtiger Taugenichts. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Taugenichts. Ich kann es schon, ich mag noch nicht. Ja, halt doch dein Maul. Na, aber jetzt ohne Scheiß, du kannst ja wenigstens eins falten. Nein, wirklich nicht. Ich kann es nicht. Weißt du, wie viel Teile das war? Kannst du dann deine Geschenke auch nicht selber verpacken? Tatsächlich liegt da wahrscheinlich der Hund begraben. Das ist tatsächlich mein Nemesis. Also muss ich auch sagen, ich kann keine Geschenke verpacken. Okay, das bitte. Ja. Ich wollte es nie so in der Öffentlichkeit sagen, vor allem nicht in so einem intimen Format wie dem hier. Aber da wir halt schon alle miteinander Tränen gelacht haben. Ja. Oder einer. Jetzt schau mal, was du da noch... Ja, mein Gott, du bist da am meisten aufgeregt von allen. Ja, weil das ist so super toll, schwul. Also hier steht Vater. 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 Kriegt eine Schachtel ohne Luftlöcher. Ohne. In einer Schachtel ohne Luftlöcher. Okay, also du hast Schachtel mit Luftlöcher gemacht und eine ohne. Es hätte nämlich als Geschenk auch ein Tier gegeben. Jetzt schauen wir mal vielleicht das Glück. Und es ist eine Ganzkörpermassage. Wie kann ich die verpacken in einer Schachtel ohne Luftlöcher? Klar, mit einem Gutschein. Es gibt ja ziemlich große. Ja. Okay. Wie kommst du drauf, dass du dein Papa eine Ganzkörpermassage... Nein, warum nicht? Du weißt, dass Ganzkörpermassagen in der Regel auch das Gemächt beinhalten. Und auch Odelgrüm. Ist das bei euch in der Familie... Nimmst du es nicht so genau? Vielleicht ist die Ganzkörpermassage gar nicht von mir. Ja, definitiv. Nein. Doch, ganz kallere Sache. Die Geschenkideen können wir von dir. Boah, legst du dir mal vor. Ja, Papa, alles Gute. Weihnachten, du als Geschenk der Karni, der gleich vorbeikommt und gibt da eine Ganzkörpermassage. Ich stehe da schon so im Tierstück drin. Jetzt gehe ich an Manfred. Ich weiß gar nicht, Manfred. Wie viele hast du denn da schon? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich habe auch zehn. Wir brauchen mal 30. Ich habe sieben. Du bist so ein Lügner. Wir weißen das Gegenteil. Aber das ist ja super, dann braucht jeder von uns nur fünf. Dann müssen wir uns aber auch noch zusammenstecken. Stell dir mal vor, der Seppi schafft eins. Das wird nie passieren. Muss ich dich enttäuschen. Schau mal allein das an, wie kompliziert das zusammenstecken wird. Das macht dann der Seppi. Wir machen jetzt noch jeweils fünfe und ich gebe dem Seppi mit heim. Kriege ich auch so aufgaben, oder? Genau, der Seppi muss dann den Stern fertig basteln und dann ein Foto posten. Ich glaube, dass wir in dieser Folge, glaube ich, werden wir leider nicht mit einem Resultat glänzen können. Jetzt verschrei das halt nicht gleich. Hallo. Doch, doch, da lege ich mir fest. Das ist unmöglich. Mal schau, wie die sich küssen. Wer? Da, die Ecken. Keine Ahnung. Da sind sogar Sternchen drin. Wollt ihr jetzt wissen, was noch für Geschenke trinkt gewesen werden? Ja. Eine Darmspülung. Benutzte Kondome. Verstehe. Ja. Da werden ein paar ansprechende Geschenke gewesen. Definitiv. Ein Frettchen. Deswegen die Schachtel mit und ohne Luftlöcher. Ah. Eine Fleischpeitsche. Sehr ganz begeistert. Zustimmendes Nicken meinerseits. Kackwurst. Kackwurst. Oho. Ja, das war richtig. Oh, von Saufpack. Wie hieß die Kackwurst? Und ein Henky. Der Weihnachtskot. Und ein Hodenschlüsselanhänger. Was ist das? Einfach nur Hoden als Schlüsselanhänger. Okay. Und was haben wir noch für Verpackungsmaterialien oder Orte gehabt? Damit unsere Leute alles wissen. In der Kloschüssel. Kackwurst hätte passt. Ja. Frettchen auch. Kindersack. Hätte der Frettchen auch gepasst. Pass. Oder Kackwurst. Kann ich bitte kurz einen Trommelwirbel haben, bevor wir das letzte aussprechen? Ja. Es gibt nämlich jetzt noch einen Jute-Balker. Malz. Und jetzt eine Trommelwirbel. Gummistiefel. Nein, das war ja nüchtern. Ja, sehr nüchtern. Ja, Kindersack. Aber ich habe jetzt auf alle Fälle erstmal erst fertig. Jetzt ist es soweit. Das ist doch gelang. Das ist nicht schön, aber es ist einzigartig. Was ist denn das? Keine Ahnung. Das ist ein Hühnchen. Knusprig. Das weg geht's. Früß mal den Becher. Oh Mann. Eieiei. Das ist eine... Ich weiß schon, wie haben wir das letzte Mal drüber geht. Aber ich bin mir ehrlich und habe das letzte Mal nicht ganz so stark aufgepasst. Ja, du warst da voll im Backmodus. Von welchem letzten Mal rätten wir jetzt da? Beim letzten Weihnachts-Fun-Fun-Fun-Fun-Fun-Fun, unsere letzte Weihnachts-Folge, haben wir ja da, glaube ich, über Geschenke geredet, die ihr bekommen habt, aber richtig enttäuscht warst. Und da habe ich ja ganz sicher von meinem Anno-Spiel erzählt, dass ich dann anstatt wie alle anderen Menschen auf dieser Welt als PC-Spiel, als Brettspiel bekommen habe. Ja. Jetzt langsam dämmert was. Ohne Anleitung. Es war ein lustiges Weihnachten, ja. Aber habt ihr schon mal was bekommen, das habt ihr euch gewünscht und habt ihr es wirklich gekriegt und habt euch so dermaßen gefreut, dass ihr heute nur so denkt? Ich habe eine schlechte Kinder gehabt. Boah. Mutter. Ach. Nur eine psychische Mom, die mich geschlagen hat. Nein, also an denen ich immer Dinge muss, das sind damals vor allem meine Jurassic-Park-Spielsachen. Da war ich immer voll gehypt, wenn ich da Jurassic-Park-Spielsachen gekriegt habe. Die habe ich dann immer aufgestellt und habe es fotografiert und lauter so einen Scheiß geglaubt. Irgendwo habe ich noch Fotos von meiner Weihnachtsgeschenke als Kind. Da war ich ein begnadeter Fotograf. Und was auch richtig geil war damals, die Gameboy-Kamera. Okay. Die war auch richtig geil. Die hast du zu Weihnachten gekriegt? Ich habe immer zu Weihnachten gekriegt, ja. Also hast du dir direkte Fotos mal erkenne? Ja, ja. Okay. Da hat es sogar einen Drucker gegeben dazu. Das war halt einfach nur totale Pixelscheiße. Das war halt auch in dem Farbschema so. Das war dunkelgrün auf hell-dunkelgrün. Genau. Irgendwie so. Ja, aber wäre jetzt mittlerweile schon wieder richtig geil, oder? Da würde es einen eigenen Filter dafür geben. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, das war schon echt übel. Das war schon echt übel. Ich muss mal schauen, die habe ich noch irgendwo. Die müsste ich mir einschmeißen in den Gameboy, dass uns hier noch irgendwelche Beutel drauf gespeichert. Ja, voll geil, mit so einer riesenglobigen Kamera oben drauf, dass du drum dumm dran gehen und da bei den ersten fetten Selfies aus der Ballert. Okay, cool. Und du? Jetzt sag mir wieder deine 150 Euro. Ich habe mir auch gewünscht. Ich habe mir gewünscht. Mir geht es für eine Ziele echt nicht gut. Ich brauche einfach das Geld, oder? Man muss einem leicht Vieh bringen. Jetzt schnell, Mami, muss es im Spiel bloßen. Ich brauche wieder Spritzen. Gott. Eine von denen die Erinnerung ist, dass ich ganz viele Spielekonsolen gekriegt habe, weil ich noch ans Christkindl geglaubt habe. Ganz viele? Bis 16. Also die, die durch die Maus gekommen sind. Okay. Ja. Ja, tatsächlich. Nein. Aber was ich bis heute noch richtig geil finde, war, dass ich mir so eine richtig fette Playmobil-Burg gekriegt habe. Der war unter so einem weißen Laken versteckt. Und ich habe mir nicht gewusst, was das sein soll. Wie es dann aufgemacht haben. Die war komplett aufgebaut. Und da war ein Manschgerl schon verteilt drinnen. Und die war so geil. Die war so geil. Die war so geil. Die Mütze genommen auf dem Boden. Ja. Ja. Und dann bin ich sofort reingesprungen. Und Gott sei lá. Genau. Wo ich sie gewuckt mache. Und dann ist der Onkel gekommen und hat gesagt, ich habe ein Weihnachten geschenkt für dich und hat uns auch vorgeführt. Das ist ein Korbi sein Humor, he? Wahnsinn. Das ist ein Korbi sein Humor. Ich habe nicht gewusst, dass Pedo-Action ein Korbi seitdem geschenkt ist. Jetzt haben wir es richtig am Roll. Jetzt haben wir es richtig, ja. Alter Schwede, glaube ich. Du bist echt ein krankes Schwein. Da kommen da ganz neue Seiten auf bei dir. Und das zur Weihnachtsfolge. Nein, weil die das so mitnimmt. Du hast mich nicht. Das ist mir nicht so ein Scheiß. So ein Scheiß. Ich war da nach Hause und warnt. Und was ist denn das für eine Aussage? Weil die das so mitnimmt, es reicht es mich so. Was hat mit dir lustig gestört, die Sau? Oh fuck, ich weiß nicht, warum das so lustig ist, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Pädophilie war schon immer lustig. Ja, das war schon. Vor allem in Familien. Zu Weihnachtszeit. Ja. Was lustiger ist, hat es ihn nie gegeben. Wirklich nicht. Was haben wir alle gelacht? Seine Eltern sind unten im Wohnzimmer gesessen und haben gelacht. Weil jetzt so schreien er wieder. Genau. Dann hörst du wieder Weihnachts, ein Vibrator, ein Handröhren-Vibrator. So, jetzt wird es abstrus. Das ist eine Frage, was ich weiß nicht, ob wir das jemals ausstrahlen sollen. Ich wollte gerade sagen, das wird wieder was für Only-Fans. Oh Gott. Only-Minderjährigen-Fans. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe das zweite Dreieck. Fertig. Das ist echt, was ist eigentlich los mit dir? Ich kann nicht basteln. Ich weiß nicht, ob du aufgehört bist. Also, nächstes Jahr basteln wir wieder. Ja, unbedingt. Nächstes Jahr gibt es Glühbier. Frisch aus dem Sudkessel. Frisch aus dem Sudkessel. Da brauchen wir dann wirklich, da brauchen wir dann ein Thema, das uns über diese Zeit wirklich, da machen wir einfach das Spä. Ja, ja. Mal tausend. Ich muss sagen, ich kann mich da an gar nichts erinnern, irgendwie so richtig, wo ich gesagt habe, das habe ich mir gewünscht und das habe ich dann wirklich gekriegt, weil meistens habe ich mir was gewünscht und habe dann, ja, es ging in die Richtung, aber es war eigentlich nicht das Richtige. Also, meine Eltern hätten da echt Beratung gebraucht. Deswegen, damals, wo die Wii rausgekommen ist, da habe ich dann extra Präsentation, ich habe ohne Scheiß eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Wie oft hast du das eigentlich gemacht? Das hast du doch öfter gemacht, oder? Nein, ich habe nur über 20. Nur bei der Wii. Hä? Mit Wii hast du gekommen, ich war schon über 20. Nein, da war ich, glaube ich, 13 oder so, keine Ahnung. Und da habe ich dann... Niemals. Was? Wann ist denn Wii rausgekommen? 2006. Ja. Ja, okay, was habe ich jetzt falsch gesagt? Du bist ja doch nicht 13 gewesen in 2006, oder? Wann bin ich denn geboren? War es doch ich nicht. Ja, rat einmal. Mir ist scheißegal. Du bist... Was haben wir jetzt? 23. Und du bist geboren, wie alt? 31. 31. Ich rechne mich jetzt nicht. Jetzt bin ich jetzt auf mein Handy. Ja, eben. Gib das mal ein. Achso. Assistent, rechne mich mal. Rechne mich mal. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Gott sei fix. Ja, wir haben doch eigentlich überhaupt keine Zeit. Mein Gott, da wird ständig gelacht. Anstatt, dass es gabert wird. Gott sei fix, Gott sei fix. Mein Gott. Oh, den habe ich richtig reislich gefällt. Jetzt hat er... Oh, 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 oh. Der ist nicht schön. Also, auf die Gefahr hin, dass ich gleich noch mal lache. Lass uns den Sepp in den Rücken. Aber ich wollte noch was fragen. Der ist richtig reislich geworden. Der ist richtig reislich geworden. Ach nein, weißt du, was ich frage dich lieber nach dem Podcast? Nein, frage jetzt nicht. Oh Gott, das soll ich... Ja, weil das werden sich wahrscheinlich die Hörer auch fragen, weil... Also, es ist nicht jeder so bewandert mit deiner Familie. Und du musst jetzt auch... Mir reicht einfach nur so ein Stichwort, in welcher Industrie das dann ist. Aber wo arbeitet denn dann dein Onkel, wenn der da eine eigene Firma hat? Schweißdrahtherstellung. Wie? Schweißdrahtherstellung. Schweißdrahtherstellung. Boah, krass. Das klingt wichtig. Naja, du kannst richtig abschweißen. Ja, du kannst dich zusammenbauen, ne? Mit Schweißdraht. Alles, was irgendwie so geschweißen gehört. Halt. Und wenn wir jetzt dann durch sind mit diesem Weihnachtsstern, werdet ihr dann ganz stolz euren Freunden und der Familie erzählen, boah, ey, Leute, was wir da gemacht haben? Nein. Ich werde das totschweigen. Ich werde das totschweigen, diese Scheiße. Aber ich glaube zumindest, dass die... Nummer drei, vier, Entschuldigung. Diese Handvoll Hörer, die wir haben, sie können sich zumindest jetzt schon mal drauf einstellen, dass es jedes Jahr zu Weihnachten so eine richtig uns miserable Scheiß-Weihnachtsfolge geben wird, indem wir irgendeinen Bock bis machen und nur Blödsinn da hinrennen. Langsam erkennt man Muster. Mit Tränen. Ja. Mit Tränen, mit vielen Aufdeckungen aus unserer Kindheit. Maul. Woher die Schärfe auf einmal? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was soll ich. Ich hab da nie was tun, weißt du. Da gibt mir einen bunten Punkt drauf. Ja, anscheinend. Ich weiß auch nicht. Ach, es ist immer nur so schön, dass du das Zungen hast. Das ist wirklich unausgültig. Cool. So. Zauberhaft. Zauberhaft. Wie viel hat denn jeder? Ich mach jetzt gerade die Nummer 14. Ich bin jetzt bei Nummer 27. Also ich hab jetzt da... Was sind denn das da? Also das ist eins, zwei, drei, vier. Das sind dann... Ach, sieben, zehn, dreizehn. So. Ja, ich hab jetzt die Nummer 14. Hey, schau mal, das faltet man da wieder auseinander. Ich glaub, die spinnen. Die haben einen völligen Schatten, die Typen. Die haben einen völligen Vollschatten, die Typen. Also das ist jetzt... Das ist so? Versuch du schon mal, was zum Zusammenstecken. Ich hab aber nicht in der Sorge Zeit, gell? Mein Gott. Gruzaffix. Du bist so? Nein. Ich glaub, das... Ich nehm lieber anders. Glaubst du, dass das spiegelverkehrt ist? Ja. Wir haben jetzt mal nächstes Jahr unbedingt so einen Countdown-Lauf verlassen, dass wir noch so und so viel Zeit haben, dass wir das schaffen. Du hättest einfach aufgeben. Du hättest einfach gesagt, oh krass, eine Stunde. Eine Stunde schaff ich nicht. Nein, das ist unmöglich. Rieder, das ist ja... Das ist unmachbar, oder? Es ist wirklich unmachbar. Das ist das Komplizierteste drum, das ich jemals irgendjemand gefunden habe. Das ist ja fast wie Origami. Origami ist ein Kinkerlitzchen gegen Ries. Das ist auch wieder... Dann baue ich da einen scheiß Touch mal halber aus Papier, aber nicht den scheiß Stern. Jetzt 3D-Puzzle-Moi, schnell. Finde deine sieben... Warum ist eigentlich dieses Dragonball-Lidl so der rote Faden aus dem Weihnachts-Paschland, wo ich es nicht zum Weihnachten zu tun habe? Es hat doch irgendjemand damit angefangen. Du? Nein, du? Nein? Du hast beiefert, dass das Lidl scheiße ist. Aber das war doch nicht das Gesprächsthema. Doch, du wolltest einfach heute die ganze Zeit nur über das Lidl schimpfen. Ich weiß auch nicht, warum du das tust an der Weihnachtsfolge. Warum ich so viel Hass habe, oder? Ja, an diesem Weihnachten. Habt ihr jetzt eigentlich wirklich so weihnachtliche Gefühle, dass du sagst, oh, in der Zeit bin ich nachgiebiger, da bin ich toleranter, da bin ich nicht so... Das ist ja jetzt nach all unseren Gesprächen eingefallen. Habt ihr eigentlich weihnachtliche Gefühle? Was ist ein weihnachtliches Gefühl? Ja, so einfach so ein bisschen, oh, ich bin ein bisschen kitschig, ein bisschen liebevoller, ich bin ein bisschen nachgiebiger, nachsichtiger. Du musst sagen, seit ich 18 bin, will ich einfach immer wieder betrunken sein zu Weihnachten. Ja, aber das ist ja die ganze Prä-Weihnachtszeit, das ist ja auch damit eingerechnet. Also so ab dem ersten Advent ändert sich irgendwo so eine Gefühlslage. Eigentlich freue ich mich immer wahnsinnig auf die ganze Weihnachtszeit und denke mir, wow, das wird jetzt voll super, ich werde am 28. November schon das ganze Haus schmücken und dann mache ich jeden Tag Plätzle und so ein Zeug und dann ist es einen Tag vor Weihnachten und es ist nichts geschmückt und ich denke, oh, scheiße, es ist schon Weihnachten. Genau, ich habe keine Geschenke, ich habe nichts mitgekriegt von gar nichts. Irgendwas auf den Keller suchen, was alt ausschaut, wo sich keiner mehr darüber erinnert, das verpacken. Ich habe 15 Stück jetzt gemacht und ich bin raus. Das ist mein Stern. Ich nenne ihn Pluto. Das ist wunderbar, schön türkis. Also ich bin der Erste. Und wir müssen jetzt aufhören, weil wir nehmen jetzt schon über eineinhalb Stunden auf. Die Kamera macht es langsam auch nicht mehr mit. Über einen Stern. Ah, Kim. Ach, okay. Der hält einwandfrei. Ich meine, er ist der Einzige, der dreidimensional ist. Du hast wirklich gewonnen. Pris-Nelpen, ja. Du hast wirklich gewonnen. Seit er bei deiner Vergangenheit aber auch verkundet. Ja, scheiß, Korbi. Wie ihm das gefallen? Du triffst wirklich einen Nerv. Wie er einem Kindsmissbrauch gefällt. Das ist ja unfassbar. Oh mein Gott. Also ganz ehrlich, ich habe mir wirklich von dieser Folge halt viel erwartet, dass du diesen Typen so zerreißt bei dem Thema Pädophilie an Weihnachten. Das ist schon grenzwertig. Da heißt es, ich bin der Kranke und überdrehen nicht gestörtes Sack. Aber für mich war das jetzt eher so ein bisschen True Crime. Das war kein Mord. Nein, das war so geil, wie er dann gesagt hat, das habt ihr geplant von langer Hand. Lachst du beim Mordlust auch, wenn du das so hörst? Nein, habe ich noch nicht gehört. Okay, tu es lieber nicht wieder zuerst. Nein, Leute, es tut uns echt leid. Also wir können mir leider kein Resultat nicht abliefern. Doch, hier. Vielleicht, ich kann es euch nicht versprechen, vielleicht sitze ich mich wirklich hier und versuche einen Stern fertig zum Basteln. Hallo. Nimmst du die Zeit? Ich habe noch ein paar halbe da. Flaschen Eierlikör, Flaschen Haselnusslikör, Gin. Geht richtig ab. Sollte ich das wirklich schaffen, dann werde ich auf alle Fälle noch ein Bildchen dazu posten. Spannend. Ist das? Ansonsten sagen wir frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dass ihr es ertragen habt. Genau, kommentiert sie uns drunter. War es beschissener, eine Lokomotive aus Lebkuchen baut zum Grillen oder war es beschissener, diesen scheiß Stern baut zum Grillen? Vielleicht gibt es uns einfach Tipps für nächstes Jahr schon mal, was könnte man dann besser machen. Glühbier, Glühbier, Glühbier. Ich weiß es auch nicht. Und ansonsten, für die Leute, die jetzt hier zwei Stunden lang durchgestanden haben und sie dachten, die machen bestimmt irgendeinen krassen Scheiß. Eigentlich war es schon krass. Eigentlich war es schon krass. Ich sage jetzt mal, dass du Pädophilie so lustig findest, das ist auch krasser Scheiß. Es gab ziemlich viel krasser Sachen. Das ist die Erkenntnis des Jahres. Ansonsten, ja, wie gesagt, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Achso, ja. Schönes Hanukkah. Genau, das Lichterfest ist schon vorbei, oder? Bis Weihnachten. Mann. Ja. Ja, ich wünsche auch allen Weihnachten. Schönen Ramadan. Der ist auch Ramadan. Der wird durchs Seil. Ja, ist auch schon bei. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Der Hölle. Nicht von Nordpol. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Von Sauerdruck. Von der Odelgrube. Das könnte auch sein. Steckt sich was in der Odelgrube, das ist immer gut an Weihnachten. Okay. In diesem Sinne. Gibt es tatsächlich zum Kaufen. Dann kannst du so aufstehen wie so ein Gewinnschneider. Ich denke mir schon, dass du sowas nicht einfach aus den Fingern saugst. Nein, nein. Ich erzähle kein Spahn nicht. Wir sind doch nicht beim Bürger, das ist eine Speziewirtschaft. Haberdere, pfört euch, Jingle Bells, Ding Dong. Pfört euch.